Sarah Wagenknecht war bei Ulrike Herrmann zu Gast, nämlich auf dem Kanal von Gregor Gysi. Missverstehen Sie mich richtig, heißt der. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt das Interview zwischen den beiden an und schauen uns mal an, was Wagenknecht auf viele kritische Fragen, vor allem in Bezug auf die Ukraine, zu sagen hat. Ich habe es mir vorher nicht angesehen, aber man sieht hier unten an den Infoteifeln ja schon, dass es sehr viel um die Ukraine und um Russland gehen wird. Also ich bin sehr gespannt, wenn was nicht so interessant sein sollte. Dann überspringen wir den Teil. Aber ja, ich dachte jetzt Minute 17. Hier geht es nämlich um die Unterschiede zur Linkspartei. Das könnte der erste spannende Abschnitt werden. Ich habe mir das Interview vorher noch nicht angesehen. Das heißt, ich bin, also für mich ist das genauso neu wie für euch, wenn ihr das hier seht. Okay, also wir beenden das mal, das Nachtreten und die Rückschau und kommen jetzt mal zu ihrer neuen Partei. Da fällt ja als erstes auf, die heißt ja nun Bündnis Sarah Wagenknecht, dass das alles nach Ihnen benannt ist. Und das hat auch Irritationen ausgelöst. Das ist ja in Deutschland völlig neu, dass eine Partei nach einer Person heißt. Können Sie das nachvollziehen, dass das irgendwie viele verwundert hat, dass Sie jetzt eine Namenspartei sind? Das soll ja auch nicht so bleiben. Aber es ist schon ein Problem junger Parteien, dass sie überhaupt erst einmal identifiziert werden müssen, vom Wähler auch auf dem Wahlzettel. Also es gibt zig Parteiengründungen. Ich habe jetzt mal gesehen, bei der Europawahl sind über 30 Parteien zugelassen worden. Wir werden auf diesem Wahlzettel irgendwo ganz unten stehen, Platz 20 plus. Da stehen lauter Parteinamen, die Sie alle wahrscheinlich noch nie gehört haben, weil die alle jetzt irgendwann gegründet wurden. Neue Mitte, Bündnis Deutschland, weiß der Teufel. Also alles Mögliche. Nein, so heißt wahrscheinlich keine. Also wenn wir sie so genannt hätten, hätten die Leute sie sogar gefunden. Aber wir hatten ja zum Beispiel überlegt, erst mal Bündnisvernunft und Gerechtigkeit oder so. Das ist ja ein schöner Name. Aber die Frage ist, merkt sich das irgendeiner, wenn er dann so eine Liste hat und da lauter schöne Namen stehen? Und ich selber hätte natürlich bei der Europawahl logischerweise nicht drauf gestanden. Ich stehe auch bei den Landtagswahlen nicht drauf. Aber es gibt ja viele Menschen, die schon sagen, ja die Partei von der Sarah Wagenknecht, da wissen wir, wo die hin will, die würden wir wählen. Und wenn sie die da nicht finden auf dem Wahlzettel, dann hätten wir ja doch irgendwie Pech gehabt. Und das war die Idee, dass wir eine sehr junge Partei, die sich erst mal noch etablieren muss, die erst mal noch auch sich verankern muss im Parteienspektrum mit einem Namen, identifizierbar machen, sodass auch die Menschen wissen, okay, Sarah Wagenknecht, ja, da wissen wir, wofür sie steht. Wir wissen, was die Kernpunkte des Programms sind. Wir haben ja auch ein Gründungsprogramm. Also war immer gesagt, wir haben kein Programm. Wir haben ein Gründungsprogramm. Das ist zwar nur fünf Seiten lang, aber es zeigt, wo wir hinwollen. Und ich habe ja natürlich auch meine Programmatik zum Beispiel in dem Buch ja auch dargelegt und in vielen öffentlichen Auftritten. Es gibt ja auch 20 Seiten zur Europawahl. Und es gibt sogar 23 Seiten zur Europawahl. 23 habe ich alle gelesen. Also natürlich haben wir auch Programme, aber es ist, glaube ich, über mich leichter identifizierbar, was das für eine Partei ist. Und dass eine Partei, die im Januar gegründet wird, jetzt immerhin bei fast allen Umfragen oder ich glaube inzwischen bei allen über fünf Prozent liegt, also zumindest auf fünf Prozent oder drüber, das ist ungewöhnlich. Das schafft man normalerweise nicht. Und dafür ist der Name quasi der Hebel gewesen. Nach der Bundestagswahl werden wir wahrscheinlich dann versuchen, die neuen Namen zu finden. Gibt es da schon irgendwelche Favoriten? Naja, die einfachste Variante wäre, also es heißt ja jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit. Und natürlich könnte man dann einfach meinen Namen rauslassen, dann wäre es Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit. Vielleicht haben wir aber auch noch eine andere Idee. Wenn wir einmal im Bundestag sind als Fraktion, dann haben wir natürlich den ersten wichtigen Schritt gemacht. Und ich will ja, also sag mal, warum tun wir uns das alle an, so eine Partei zu gründen? Weil wir der Meinung sind, da gibt es wirklich eine große Repräsentationslücke. Viele Menschen haben mir immer gesagt, sie wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Und diese Partei soll sich ja auch verankern. Die soll ja jetzt nicht mal eine Eintagspflege sein für die nächsten fünf Jahre. Die soll, hoffe ich, auch in 20 Jahren noch da sein. Aber ich werde in 20 Jahren bestimmt keine Politik mehr machen. So jung bin ich auch nicht mehr. Und deswegen, klar, muss der Name irgendwann weg, weil die Partei sich natürlich dann auch davon emanzipieren muss. Aber im Augenblick wirkt das ja so ein bisschen undemokratisch, weil man sich ja nicht vorstellen kann, wie bei einer Partei, die dann Sarah Wagenknecht heißt, es Meinungen möglich sind, die sich nicht mit denen von Sarah Wagenknecht decken. Also es fällt mir irgendwie schwer. Es geht ja die ganze Zeit um Parteinamen. Ich hatte gehofft, dass Wagenknecht mal über die Unterschiede zu Linken reden würde, die uns hier unten versprochen wurde. Der Name ist, also Wagenknecht hat es gerade erklärt, ist relativ logisch. Viele Wähler interessieren sich nicht groß für Politik, aber sie kennen halt den Namen Sarah Wagenknecht. Und damit der Parteiname leichter gefunden wird, nennt man die Partei halt nach ihr. Ist jetzt nicht so kompliziert zu verstehen. Es ist schwer, mir dieses Szenario vorzustellen. Na, es gibt eine Grundausrichtung. Da sollte eine Partei sowieso in eine Richtung gehen. Also ich meine, wir haben ja auch alle, also zumindest ein Teil von uns kommt ja aus der Linken. Gar nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Also bei den Ostverbänden ist es teilweise so, dass sogar mehr Menschen eigentlich vorher parteilos waren und jetzt bei uns sind. Aber zumindest ein Teil von uns kommt aus der Linken. Und wir haben leidvoll über all die Jahre erlebt, wie es bedeutet, wenn in einer Partei Menschen sind, die eigentlich in völlig unterschiedliche Richtungen wollen. Ich will gar nicht die Richtungen bewerten, aber das ist ein Problem. Das ist ein Problem für den Wähler, weil der Wähler ja gar nicht weiß, was wähle ich eigentlich? Und es ist auch ein Problem für die innerparteiliche Diskussion, weil man ständig damit befasst ist, sich gegenseitig irgendwie zu bekämpfen, zu bekriegen, zu intrigieren und eigentlich nicht das macht, was, wofür Politiker da sind, nämlich für den Wählern wirklich Politik zu machen. Und deswegen will ich schon eine Partei auf den Weg bringen, wo der Wähler weiß, die will da und dahin. Und das ist schon ein Grundprogramm, ein Grundansatz, wo wir alle gemeinsam hinwollen. Und dann gibt es natürlich Nuancen, dann gibt es Facetten, da gibt es sicherlich auch Unterschiede, aber eben nicht in der Grundausrichtung, die sollte es auch nicht geben. Sie haben mal gesagt über diese Grundausrichtung, wir sind keine Linke 2.0. Was bedeutet das jetzt konkret? Also Sie müssen jetzt nicht Ihr ganzes Wahlprogramm erzählen, sondern so fünf kurze Beispiele, was Sie jetzt von der Linkspartei unterscheidet, weswegen Sie nicht eine Linkspartei 2.0 sind. Also zunächst muss man darüber reden, was ist heutzutage, was ist links? Also damit fängt ja schon mal die Diskussion an. Ich glaube, viele Menschen haben mit diesem Begriff inzwischen sogar Probleme, weil sie damit gar nicht mehr das verbinden, was zum Beispiel ich verbinden würde. Also was heißt für mich links? Oder was ist für mich das Positive an der linken Tradition? Links ist für mich, dass man sich vor allem für die Menschen einsetzt, die es schwer haben, die weniger Einkommen haben, die kämpfen müssen, die aus armen Verhältnissen kommen, man sich dafür engagiert, dass diese Menschen Perspektiven haben, Aufstiegschancen, Bildungschancen, bessere Löhne, bessere Renten, die Klassiker. Okay, das sagt die Linkspartei auch. Das ist aber immer mehr in den Hintergrund gerückt, weil man immer stärker sich auf andere Themen konzentriert hat. Also ich kann schlecht für die Ärmeren mich einsetzen und gleichzeitig sagen, ich muss aber das Leben der Menschen radikal verteuern wegen des Klimaschutzes. Ich kann auch schlecht mich für die Ärmeren einsetzen und sagen, ich bin dafür offene Grenzen für alle. Jeder, der kommen möchte, kann nach Deutschland kommen und hat hier Anspruch auf soziale Leistungen, weil das natürlich sich gerade in den ärmeren Stadtbezirken dann auch auswirkt. Das erleben wir ja jetzt. Das heißt, das ist ein Widerspruch. Und da hat meines Erachtens die Linke sich immer mehr von dem entfernt, was für mich links ist. Und für viele Menschen heute ist ja links eher so, das sind dann diese Woken-Debatten über Sprachregeln, über all diese Sachen, die man sicherlich, wenn man viel Freizeit hat und ansonsten wenig Sorgen auch führen kann. Aber die ich einer alleinerziehenden Mutter, die einfach Angst hat, wie kommt sie über den Monat oder wie findet sie einen Kita-Platz, nicht erklären kann, dass das im Mittelpunkt von Politik steht. Okay, das waren jetzt schon mal so angedeutet Themen, über die wir dann auch reden können. Jetzt, bevor wir aber wirklich in die Inhalte gehen, möchte ich einen Exkurs starten, nämlich zu Ihrer Kleidung. Nein, weil das kennen Sie ganz bestimmt, wenn man in Talkshows war. Das war jetzt leider nicht so ergiebig. Und nein, wir werden jetzt nicht über Wagenknechts Kleidung reden. Die ISW-Spitzenkandidaten und Frauenquoten, das kann ja gut werden. Ich glaube, das überspringen wir mal. Wir kommen mal gleich zu Asyl und Zuwanderung. So, aber kommen wir jetzt zurück zur Europawahl. Wie gesagt, 23 Seiten Programm. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Programm, dass die Asylverfahren an der EU-Außengrenze stattfinden sollen. Jetzt muss man ja mal sagen, dass dieser Punkt eigentlich ja jetzt weggefallen ist, oder? Denn genau das wurde ja gestern, also Mittwoch, im EU-Parlament bereits beschlossen. Erstens sind wir ja keine... Also wir sind nicht Kassandra. Als wir das Wahlprogramm beschlossen haben, war es noch nicht so. Wir sagen ja in Drittstaaten und an Außengrenzen. Und wir müssen jetzt erst mal gucken, wie das umgesetzt wird. Also ich meine, da gibt es ja sehr unterschiedliche Konzepte. Ich finde, wir müssten tatsächlich darüber reden. Und es geht ja nicht einfach nur darum, okay, wir machen das jetzt draußen, um die Leute wegzuhalten, sondern die Frage ist ja, funktioniert das europäische Asylrecht, wie wir es jetzt haben? Und da, finde ich, muss man klar zu dem Ergebnis kommen, es funktioniert nicht. Also Asyl soll ja ein Asylrecht, auch die Genfer Flüchtlingskonvention soll denen helfen, die schutzbedürftig sind. Die sollen, also die, die verfolgt werden oder auch die vor Krieg fliehen, die sollten Schutz bekommen. Und wir haben eine aktuelle Situation, die so ist, wer es irgendwie schafft, seinen Fuß auf europäischem Boden zu setzen, der wird überwiegend bleiben. Das heißt, es gibt einen ganz großen Anreiz, Schlepper zu bezahlen, wenn man sie denn bezahlen kann, um nach Europa zu kommen. Man muss dazu finanziell in der Lage sein, man muss physisch in der Lage sein, diese sehr gefährliche Reise zu machen, die ja für viele Menschen auch tödlich endet. Und wer das nicht kann, den lassen wir im Stich. Also wer herkommt, egal ob schutzbedürftig oder nicht, bleibt im Großen und Ganzen. Und wer die Schlepper nicht bezahlen kann oder eben zu schwach dafür ist, weil er einfach, deswegen kommen ja mehr Männer als Frauen logischerweise und schon gar nicht Kinder oder wenige, der bleibt zu Hause. Und das ist ein falsches, also das hat mit dem Anliegen eines Asylrechts nichts zu tun. Und deswegen muss man versuchen, das zu verändern, indem man Asylverfahren da macht, wo auch Menschen schutzbedürftig sind. Indem man zum Beispiel aus Flüchtlingslagern Kontingentflüchtlinge zu uns holt, die keine Schlepper bezahlen, weil es ist ja wirklich eine Disproportionalität. Es kommen nicht die Ärmsten und es kommen oft auch nicht die aus den Kriegsgebieten. Also Nigeria ist ein Beispiel, wo man das ganz klar sehen kann. Da ist der Norden des Landes, da ist Krieg, da ist alles furchtbar. Da kommt so gut wie keiner nach Europa. Es kommen fast alle aus den relativ wohlhabenden und auch friedlichen südlichen Teilen des Landes, weil dort ein minimaler Wohlstand ist und der minimale Wohlstand dazu führt, dass man Schlepper bezahlen kann. Das heißt, das ist nicht etwas, das ist auch für die afrikanischen Länder ein Problem, weil wir eher die Mittelschicht zu uns holen, die dann auch ein bisschen besser ausgebildet ist, zumindest auch vor Ort eigentlich Fähigkeiten hat, die vor Ort gebraucht werden. Darf ich mal eine Frage stellen? Das ist nicht sinnvoll. Wie viele Kontingentflüchtlinge würden Sie sich denn für Deutschland vorstellen? Naja, das fängt ja davon ab, wie viele nicht reguläre Flüchtlinge wir nach wie vor bekommen. Also zurzeit haben wir keine zusätzlichen Kapazitäten für Kontingentflüchtlinge. Wenn wir die irreguläre Migration radikal reduzieren, können wir dann natürlich auch Menschen aufnehmen. Was wäre denn so Ihre ideale Zahl für Flüchtlinge und Asylbewerber? Es gibt keine abstrakte Zahl, weil wir haben jetzt einfach in den letzten Jahren viel zu viel Migration gehabt. Wir sind in den ganzen Infrastrukturwohnungen, Lehrer völlig am Limit. Wenn man das jetzt mal wegnimmt, wenn man die letzten Jahre wegnimmt, kann natürlich ein Land im Jahr sicherlich, meinetwegen 50.000 Menschen, die kommen, dann auch integrieren. Weil das Problem ist ja, wenn die Zahlen sehr hoch sind, funktioniert auch Integration nicht mehr. Und dann entstehen Parallelgesellschaften, dann entstehen auch kulturelle Probleme. Dann vor allem in einem Land wie Deutschland, wo ohnehin schon Probleme da sind. Also uns fehlen 700.000 Wohnungen. Und trotzdem geht man davon aus, wir können beliebig viele Menschen aufnehmen. Das funktioniert nicht. Das führt zu massiven Problemen, die am Ende einen einzigen Profiteur haben. Und das ist die politische Rechte, die dann natürlich bei den Stimmungen, die daraus entstehen, diese Stimmungen auch bedienen und diese Stimmungen auch in Richtung Ressentiments formen. Und das spaltet die Gesellschaft. Deswegen, glaube ich, muss man hier dringend etwas dagegen tun. Aber wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, dann stellt man fest, dass ja die überwiegende Zahl derjenigen, die hier angekommen sind, sind Ukrainer. Ja, also Stand 16. März 2024. Ja, genau. Jetzt haben wir eine Million 149.951 Ukrainer in Deutschland. Ja, das ist die neueste Zahl. Würden Sie sagen, dass es richtig war, die aufzunehmen? Also wer aus der Ukraine kommt, vor allen Dingen auch aus dem östlichen Teil, wo der Krieg tobt, der flieht aus einem Kriegsgebiet. Selbstverständlich. Und ich verstehe auch jeden jungen Mann, der versucht, die Ukraine zu verlassen, damit er dort nicht zum Kriegsdienst eingezogen wird. Und da in diesem Fall... Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es wäre ja jetzt völlig irre, die Abschiebung von Leuten zu fordern, die dann vom ukrainischen Regime gleich an der Ukraine verletzt werden, die ohne Ausbildung sich russischen Gleitbomben und russischer Artillerie entgegenstellen müssen. Also das... Ja, also das fordern ja wirklich nur einige komplett irre Kriegstreiber, beispielsweise von der CDU, dass diese Menschen wieder in die Ukraine zurückkehren sollen. Furchtbar ein Krieg verheizt wird. Also selbstverständlich verstehe ich... Aber die meisten, die gekommen sind, sind Frauen und Kinder. Ja, weil die Männer auch nicht raus dürfen. Also es gibt schon in der Summe... Also 600.000 junge Männer sind in der EU, 200.000 sind auch in Deutschland. Also gibt es ja Zahlen dazu. Genau, dann sind also 900.000 sind Frauen und Kinder. Ja, aber die sind... Und die hätten Sie immer aufgenommen? Wenn Sie aus... Also mal, wenn Sie hierher kommen, weil Sie vor einem Krieg fliehen. Also es gibt ja Teile in der Westukraine, da gibt es schon ein starkes Hin- und Herbewegen. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wer aus dem Krieg flieht, der muss aufgenommen werden. Aber was ich uns vorwerfe oder auch der deutschen Regierung ist, dass wir viel zu wenig dafür tun, diesen Krieg zu beenden. Dazu kommen wir noch. Also gut, also ja, Ukraine ist ein perfektes Beispiel. Der Krieg wäre zu Ende, wenn der Westen da nicht Frieden verändert hätte. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir waren ja jetzt... Ja, Wagenknecht hat das BSW für eine neue Zuwanderungspolitik hier gut erklärt. Also ihr habt es gehört. Radikale Reduktion der Zuwanderung. Die meisten, die hierher kommen, haben schlicht und ergreifend kein Recht auf Asyl. Was aktueller europäischer Asylrecht funktioniert. Nicht, weil es auch nicht angewendet wird. Also theoretisch müsste ein Flüchtling ja in dem EU-Staat, in dem er die EU betritt, Asyl beantragen. Und das wären halt meistens Griechenland oder Italien. Und das macht keiner. Und deswegen muss man das definitiv neu regeln. Und wie gesagt, die Migration hier deutlich reduzieren. Und zu einem Beschluss des BSW, AfD-Anträgen auch zuzustimmen. Also ich gehe immer davon aus, dass es um diesen Beschluss... Die BSW-Praktion im Bundestag hat nämlich beschlossen, dass wenn man Anträgen der AfD inhaltlich zustimmt, dass man ihnen dann auch in Bundestagsabstimmung zustimmen wird. Und das ist meiner Meinung nach die einzig richtige Vorgehensweise. Das BSW sollte eine Äquidistanz zwischen AfD und Altparteien anstreben, um sich halt strategische Souveränität zu verschaffen und sich nicht von einem Block abhängig zu machen. Und dementsprechend wäre es ja völlig idiotisch, AfD-Anträge abzulehnen, wenn die AfD beispielsweise fordern würde, keine Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern. Also das wäre ja völlig irre, das jetzt abzulehnen, nur weil es von der AfD kommt. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was Ulrike Herrmann hierzu zu fragen hat. Sie haben ja jetzt eben schon gesagt, dass die AfD eigentlich rechtsextrem ist, rassistische Positionen vertritt. Das ist ja auch die Meinung des Verfassungsschutzes, der sagt, dass große Teile, nicht alle, aber große Teile eben gesichert rechtsextrem seien. Trotzdem haben Sie jetzt aber nicht ausgeschlossen, im Bundestag mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn ich ein FAS-Interview richtig verstanden habe. Also da klang es so in diesem Interview, als würden Sie das okay finden, wenn die AfD Ihre Anträge unterstützt. Ja, ich meine, ich kann doch nicht meine Anträge davon abhängig machen, ob die AfD zustimmt. Also wo kommen wir denn da hin? Oder was ist das für ein Demokratieverständnis? Basiertes Publikum auf jeden Fall, dass es hier klatscht. Also jetzt habe ich mal eine Frage. Gilt auch das Umgekehrte? Würden Sie einen AfD-Antrag unterstützen, den Sie richtig finden? Ich glaube, dass man mit der AfD anders umgehen sollte als bisher. Ich würde ablehnen, mit ihr in dem Sinne zusammenzuarbeiten, dass man sich zusammensetzt und überlegt, wie können wir jetzt hier gemeinsam irgendwie Politik machen? Ja, aber man kann ja anträgen, okay, ja, jetzt windet sie sich ein bisschen drumherum. Aber eigentlich, der Beschluss der BSW-Bundestagsfraktion, so wie André Hunko ihn vorgestellt hat, der sieht vor, wenn die AfD einen vernünftigen Antrag stellt, dann sollte man dem zustimmen. Also, ja, okay, dass man jetzt nicht gemeinsam mit der AfD einen gemeinsamen Antrag stellt, okay, ja, also dann stellt die AfD halt einen guten Antrag und man selbst stimmt zu oder man selbst stellt einen Antrag und die AfD stimmt zu. Wie man das dann technisch macht, ist jetzt, glaube ich, nicht die relevante Frage. Mir fern. Aber ich finde schon, also wie gesagt, wenn wir Anträge einbringen oder auch wenn die CDU Anträge einbringt, das findet ja längst statt und die AfD stimmt zu, na, dann ist das so. Nee, aber meine Frage war jetzt eine andere. Und das Zweite ist, wenn wir, ich finde auch, dass wir gucken müssen, also ich wüsste keinen AfD-Antrag jetzt von den aktuell vorliegenden, wo ich sage, den finde ich so brillant, dem will ich unbedingt zustimmen. Es gibt aber AfD-Anträge, die zumindest in eine richtige Richtung gehen. Also es gibt zum Beispiel jetzt einen Antrag, der ist im Verfahren, dass es einen Parlamentsvorbehalt gibt bei Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Da stehen noch andere Dinge drin, die man vielleicht problematisch, aber das ist sinnvoll so. Ich finde, wenn ein Antrag in eine richtige Richtung geht, könnte man sich zumindest enthalten. Ich halte das schon für sinnvoll und zwar nicht, um den AfD-Antrag zu pushen, sondern um der AfD die Möglichkeit zu nehmen, alle anderen immer wieder vorzuführen. Also wenn die AfD im Bundestag beantragen würde, die CDU ist eine brillante Partei, dann würde die CDU dagegen stimmen, weil natürlich der Antrag von der AfD kommt und dann macht die AfD eine Kampagne und zeigt allen, wie blöd die CDU ist. Ich finde, dass man dieses Spiel nicht mitmachen sollte. Und deswegen, also ich bin ja nicht deswegen in Sympathie zur AfD, dass ich finde, man sollte wie bei allen anderen Parteien auch sich Anträge angucken und danach entscheiden, was da drin steht. In der Regel ist es nicht so, dass man dem wirklich zustimmen kann. Also wüsste ich jetzt aktuell nicht. Aber wenn jetzt ein Antrag zumindest von der Richtung her nicht falsch ist, finde ich nicht, dass man der AfD die Möglichkeit gibt, allen anderen sozusagen, alle anderen damit vor sich her zu treiben, dass sie aus Prinzip dagegen stimmen. Und wir haben solche Fälle auch im Land. Zumal, und zudem macht man sich abhängig von den Altparteien, wenn man sagt, wir lehnen alles, was von der AfD kommt, grundsätzlich ab. Und ja, dann hätte man ja nur die Möglichkeit, Anträgen von den anderen zu stimmen. Und bei einer Tendenz hier immer weiter wachsenden AfD, ich meine, wir können ja davon ausgehen, dass die AfD in Zukunft deutlich stärker werden wird, wäre das strategisch einfach ein unglaublicher Schuss ins Bein. Also ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wie defensiv Wagenknecht hier argumentiert. Sie ist die ganze Zeit in so einem Rechtfertigungsmodus, als müsste sie jetzt vom Publikum rechtfertigen, warum man AfD-Anträgen zustimmt, weil es im Bundestag in den letzten zehn Jahren so eine bescheuerte Brandmauer gab, wo die Leaks-Partei ja auch mitgemacht hat. Also ich glaube, BSE-Politiker müssen ja aus diesem Rechtsfertigungsmodus rauskommen. Also solche evident sinnvolle Sachen, wie einfach Anträgen zuzustimmen, denen man auch inhaltlich zustimmt, so etwas braucht man nicht stundenlang verargumentieren. Also da kann man einfach sagen, wenn der Antrag unser Land voranbringt, stimmen wir halt zu, weil wir inhaltlich dafür sind. Punkt. Und Parlamentsvorbehalt bei Waffenlieferungen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Also das Beispiel hat der André Hunko auch gebracht. Also sehe ich absolut keinen Grund, warum man hier kategorisch Anträge ablehnen sollte. Landesparlamenten gehabt? Ich weiß nicht. Danke an Seppi-TV, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Warte, ich muss mal ein bisschen mehr auf den Chat achten. Vorpommern erinnere ich mich, da ging es um die Schließung eines Krankenhauses. Die AfD beantragt, dass das Krankenhaus nicht geschlossen wird. Es waren eine Reihe von Politikern, unter anderem damals auch die Linke, da waren wir, glaube ich, noch in der Opposition, der Meinung, dass dieses Krankenhaus natürlich nicht geschlossen werden sollte. Alle haben dagegen gestimmt, weil der Antrag von der AfD kommt. Was ist das Ergebnis? Die AfD kann ihren Wählern und überhaupt den Menschen erzählen, wir sind die Einzigen, die dafür kämpfen, dass dieses Krankenhaus weiter besteht. Ich finde, das ist kein kluger Umgang. Und ich wünsche mir nicht, dass die AfD stärker wird. Ich wünsche mir, dass man die AfD schwächer macht. Aber diese Art... Ja, natürlich sind das... Also das BSW sollte natürlich versuchen, alle Parteien stärker zu machen. Aber ja, okay, Wagenknecht ist ja auch gerade im Wahlkampfmodus. Europawahl, aber wenn wir realistisch auf die Verhältnisse schauen, dann sehen wir, dass wir eine Bundesregierung haben, die unser Land deindustrialisiert, die unsere Wirtschaft immer weiter gegen die Wand fährt. Und die größte Alternative, die sich da gerade aufbaut, das ist die CDU. Und die CDU, die wird, wenn sie 2025 zusammen mit den Grünen regiert und vielleicht noch mit der SPD, nochmal ganz viele Wähler, die gedacht haben, okay, die CDU macht es jetzt anders. Diese Wähler wird sie sehr wahrscheinlich enttäuschen. Und davon wird auf jeden Fall die AfD profitieren. Und wir müssen alles davon tun, dass das BSW davon auch so stark wie möglich profitiert. Aber wir sollten schon, zumindest langfristig betrachtet, so viel Realismus haben, dass wir sagen, okay, die AfD ist stark. Die AfD wird wahrscheinlich noch stärker werden. Und so zu tun, als könnte man mit der nicht zusammenarbeiten, das ist langfristig einfach dumm. Das kannst du mit einer 10-Prozent-Partei vielleicht machen, aber nicht mit einer 20- oder 30-Prozent-Partei. Die AfD hilft der AfD, die AfD steht damit jetzt bei 20 Prozent. Und deswegen sollte man hier einen anderen Umgang fahren und eine differenzierte Auseinandersetzung machen. Also Ihre These ist ja, wenn diese 20 Prozent der AfD in den Bundesumfragen, also das ist jetzt die Sonntagsfrage sozusagen für den Bundestag, dass diese 20 Prozent dadurch zustande kommen, dass die bisherigen etablierten Parteien so abgehoben seien und immer ordentlich am Wahlvolk vorbei kommunizieren. Wenn nicht nur kommunizieren, vor allem am Wahlvolk vorbei regieren. Also es sind ja ganz konkrete Auswirkungen Ihrer Politik, die für die Menschen ja wirklich nachteilig sind. Die Leute sind sauer, die sind frustriert. Das ist einer der Gründe, warum wir die Partei auf den Weg gebracht haben, weil mir eben viele gesagt haben, ich bin so sauer und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Und ein Teil hat dann eben gesagt, na, dann wähle ich halt AfD, dann ärgere ich die wenigstens. Also die AfD hat ja diesen Faktor. Ja, aber jetzt muss ich mal da einhaken. Also besonders interessant ist ja der Fall Thüringen, denn da gibt es einen linken Ministerpräsidenten, hatten wir schon, Bodo Ramelow. Was hat denn jetzt Bodo Ramelow falsch gemacht mit dem Ergebnis, dass jetzt die AfD in Thüringen bei 30 Prozent in den Umfragen ist? Ja, zum einen ist das nicht nur eine landespolitische Sache, aber auch auf Landesebene. Ja, in der Corona-Zeit hat auch die Linke sehr viel falsch gemacht, auch in Thüringen. Also wir haben dort auch massiv bestimmte Dinge vertreten und verteidigt, die ich zumindest oder die, wo man auch im Nachhinein sagen muss, die waren falsch. Was denn jetzt zum Beispiel? Die langen Schulschließungen, 2G, also diesen massiven Impfdruck auch, auch Maskenpflicht an Schulen. Also das waren schon alles Dinge, die sehr problematisch waren. Wir haben sicherlich auch in der Frage, ja, Bildungspolitik, gut, die Ostländer sind immer noch ein bisschen besser in den PISA-Studien, aber auch da ist einiges falsch gegangen. Also ich will jetzt gar nicht über die Thüringer Landesregierung reden, die hat ja auch eine schwere Situation, sie hat keine Mehrheit, sie ist eine Minderheit-Regierung, sie ist nicht handlungsfähig, das spielt ja alles eine Rolle. Aber natürlich sind diese 30 Prozent, nehmen wir es mal jetzt weg von der Landesebene, sind ein Ergebnis vor allem natürlich auch der desolaten Ampelpolitik. Also ich meine, die AfD hat sich verdoppelt in der Zeit und das hat ja etwas damit zu tun, dass die Menschen spüren, die Energiepreise sind explodiert, sie haben in ihren, ihre Kaufkraft schwindet. Wir haben in Deutschland seit drei Jahren sinkende Löhne. Das hat es in der Bundesrepublik so noch nie gegeben. Das heißt für ganz viele Familien, die vielleicht vorher schon nicht besonders auf Rosen gebettet waren, ist jetzt, fällt der Urlaub weg, fällt der Kindergeburtstag weg, weiß man nicht, was man zu Weihnachten hinlegen soll. Ja, aber das wird ja alles von Bodo Ramelow auch kritisiert und trotzdem ist er jetzt... Ich rede jetzt über Bundespolitik. Ja, ja, aber das Interessante ist ja, es wird ja nicht in Berlin gewählt, es wird ja in Thüringen gewählt. Und da gibt es einen linken Ministerpräsidenten, der das auch alles kritisiert und trotzdem ist die Linke jetzt in Thüringen nur noch bei 17 Prozent. Und jetzt ist ja in Thüringen auch interessant, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass die Oberbürgermeisterin von Eisenach, die da zwölf Jahre regiert hat, sehr beliebt ist, Katja Wolf, ist ja jetzt zu Ihnen gewechselt. Also von der Linkspartei zum Bündnis Sarah Wagenknecht und wurde natürlich ständig interviewt, ja, wie kommt das denn? Und hat eben immer erklärt, sie würde jetzt zu Ihnen wechseln, unter anderem, um die AfD zu schwächen. Und das ist ja auch Ihr Ansatz. Sie haben Ihr Bündnis ganz, nicht nur, aber auch gegründet, um die AfD zu schwächen. Jetzt ist aber das Ergebnis in den Umfragen in Thüringen, dass die AfD, wie gesagt, immer noch bei 30 Prozent ist. Und Sie sind im Augenblick bei 14 Prozent. Jetzt ist ja eigentlich, und davon kommen sehr viele Stimmen, nicht von der AfD, sondern von den anderen Parteien, von der Linkspartei und so weiter. Also das heißt, irgendwie klappt doch dieses Programm nicht, zu sagen, wir schwächen die AfD, sondern die AfD ist weiterhin stark. Und da wäre jetzt mal eine Frage... Die AfD war bei 35, um das mal zu... Ja, jetzt ist sie bei 30. Jetzt wäre jetzt mal die Frage, warum erreichen Sie die AfD-Wähler nicht? Also, ich hatte es gerade schon erklärt. Ich erkläre es gerne noch mal. Die AfD ist eine rechte Protestpartei, die grundlegend andere Parteien ist, als viele andere Parteien. Ich würde sagen, wirtschaftspolitisch ist es gar nicht so viel anders. Das hat sich beim Interview von Maximilian Krabay, Thilo Jung auch jüngst gezeigt. An allem in Deutschland kann man was ändern, laut Maximilian Krabay, nur an der Vermögensverteilung nicht. Also die AfD ist halt eine neoliberale Partei. Das heißt, viele AfD-Wähler werden vielleicht ein böses Erwachen erleben, wenn die AfD an der Macht ist, wenn sie Migration dann eben nicht so stark begrenzt und wenn die neoliberale Wirtschaftspolitik weitergeht und sogar noch verschärft wird. Denn es ist, wie gesagt, dass die Migration deutlich begrenzt wird, halte ich für unwahrscheinlich. Ist auch in Italien nicht passiert, unter den rechten Parteien, die an der Macht waren. Und ja, was sehr viel wahrscheinlicher ist, ist, dass gegen deutsche Arbeitslose und Arme härter vorgegangen wird. Das ist in Italien nämlich passiert. Da hat man Italiener nämlich einfach das Bürgergeld, eine Sozialleistung, die von der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega vorher erst eingeführt worden war, wieder komplett gestrichen. Also, ja, wie gesagt, da könnte vielen AfD-Wählern ein böses Erwachen blühen, aber aktuell wird die AfD noch von vielen als Partei wahrgenommen, die viele Sachen grundsätzlich anders machen will und angesichts einer Bundesregierung, die wie gesagt gerade unser Land deindustrialisiert, die die Bevölkerung verarmt, die wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen unser gesamtes Sozialsystem, unsere gesamte Infrastruktur, auf der alles hier steht, die bewusst und absichtlich vernichtet, vor allem durch diesen völlig irren Wirtschaftskrieg gegen Russland, ja, da suchen sich die Menschen natürlich Alternativen und ein Teil geht zur AfD und BSW muss jetzt alles dafür tun, dass ein möglichst großer Teil zu BSW geht. Also halte ich es für sinnvoller, eher Wähler der Altparteien zu überzeugen, denn man muss es mal so sehen, selbst in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD bei 30 Prozent steht, wählen ja immer noch 70 Prozent der Leute nicht AfD. Das heißt, der Pool von Leuten, die nicht AfD wählen, der ist wesentlich größer als der Pool von Leuten, die AfD wählen. Das heißt, von denen, die nicht AfD wählen, von denen kann man wesentlich mehr überzeugen. Die Altparteien sind für uns aktuell noch der gefährlichere Gegner als die AfD, weil sie alle Institutionen kontrollieren. Die AfD stellt keinen einzigen Ministerpräsidenten, keinen einzigen Minister, war noch nie in der Bundesregierung beteiligt, auch in der EU-Kommission, im EU-Parlament hat die AfD auch nichts zu melden. Also da jetzt so eine Panik vor der AfD zu schuhen, halte ich dann doch für etwas albern. Der Altparteien-Blog ist aktuell der wesentlich gefährlichere Block und an der Stelle nochmal danke an X-Wort-Else, dass du ein Abonnement verschenkt hast oder dir selber gekauft hast. Ich gucke gerade nochmal. Äh, dir selber gekauft hast. Vielen, vielen Dank. Hast du eigentlich vor, Parteimitglied beim BSW zu werden? Ich habe es schon gesagt, ich habe einen Antrag gestellt, der ist noch nicht beschieden und Wagenknecht hat ja gerade gesagt, das könnte noch länger dauern. Wir sind gegründet worden im Januar, am 8. Januar. Wir sind jetzt gerade mal Mitte April. Zu sagen, mein Gott, warum hat die Partei nicht innerhalb von vier Monaten die AfD halbiert, finde ich jetzt auch ein bisschen, also da kommen doch viele, da kommen doch auch viele Faktoren zusammen. Also Wähler sind ja jetzt auch nicht so, also zum einen kann man schon sehen, dass es da eine gewisse Wählerwanderung gibt. Also die gibt es tatsächlich von der AfD, es gibt sie auch von anderen Parteien. Aber wie gesagt, wir kommen ja jetzt in ein Feld rein, was die AfD seit Jahren bestellt. Also im Bundestag ist die AfD als Fraktion vorhanden, mit einer ganz anderen Möglichkeit, parlamentarisch zu agieren. Also wir haben zurzeit das Problem, dass wir, wenn wir einen Antrag einbringen, wird der frühestens drei Monate, glaube ich, später, oder drei Wochen, also in jedem Fall viel, viel später erst abgestimmt. Also wir können Dinge, die Fraktionen können, die dürfen wir alle gar nicht. Wir haben auch nicht, und das ist tatsächlich ein ganz ernstes Problem, die AfD hat seit 2017 sehr systematisch, und da haben die wirklich gewusst, warum sie das machen, eine massive Kampagnenfähigkeit in den sozialen Medien aufgebaut. Die hat richtig viel Geld da reingesteckt, viele Ressourcen, und die AfD ist in den sozialen Medien, also alles, was sich dort bewegt, von TikTok über Instagram, YouTube, sehr, sehr stark. Sie haben dort richtig Kapazitäten. Und ich meine, ich habe persönlich auch relativ starke Kanäle, weil ich das früher auch oder immer gepflegt habe, aber das ist nicht vergleichbar damit, dass eine Partei über viele Jahre mit viel Ressourcen, mit viel Geld Social-Media-Kompetenz aufbaut. Also dagegen kann man nicht innerhalb von zwei Wochen irgendwie antreten. Okay, aber trotzdem nehme ich jetzt so mit, dass eigentlich ihr Ziel ist, die AfD zu halbieren. Nein, unser eigentlicher Ziel ist. Also dieser Rechtfertigung, also... Ich weiß nicht, worauf Wagenknecht sich hier eingestellt hat, aber sie muss sich ja nicht rechtfertigen. Bisher gingen die Fragen von Ulrike Hermann noch. Ich befürchte, das wird beim Ukraine-Thema deutlich kritischer werden. Aber Wagenknecht muss sich doch nicht rechtfertigen. Sie erzählt wirklich nur sinnvolle Sachen. Da muss sie doch nicht noch dreimal erklären, warum das jetzt doch sinnvoll ist und warum die AfD doch irgendwie ein Gegner ist. Weiß ich nicht. Also ist das Interview länger, Rinn-Wagenknecht länger redet, kann Hermann weniger Fragen stellen. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht ist das so ein rhetorischer Trick. Ich weiß es nicht. Aber dieses ständige noch mal extra rechtfertigen, warum man das gerade tut, was man tut, anstatt einfach den Grund zu nennen und dann nicht noch mal hinterher zu schieben. Ja, aber wir wollen die AfD ja noch bekämpfen. Ja, finde ich rhetorisch nicht so glücklich. Welches Ziel ist, die Politik in Deutschland zu verbessern? Das andere ist ein Nebeneffekt. Das war eine gute Antwort. Warum kritisiere ich sie direkt danach? Das war eine basierte Antwort. Also genau das hätte sie vorher auch schon die ganze Zeit sagen können. Hauptziel ist nicht die Bekämpfung der AfD. Unser Hauptziel ist es, dass in Deutschland eine andere Politik gemacht wird. Und wenn man jetzt aus strategischer Sicht drauf sieht, dann ist der Altparteienblock gerade doch der wesentlich mächtigere Gegner, der eine vernünftige Politik verhindert, im Gegensatz zur AfD. Gerade schreibt es gerade einer im Chat, Wagenknecht sei sozialistisch. Nee, ist sie nicht. Also da beschreibst du vielleicht die Wagenknecht von vor 15 Jahren. Aber wenn du ihre Auftritte auf ihrem YouTube-Kanal angucken, kannst du dir angucken, was sie sonst so erzählt. Sie ist, ja, sozialliberal könnte man das beschreiben, oder eine Sozialdemokratin. Also sie wäre wahrscheinlich eine FDP-SPD-Koalition aus den 70er-Jahren gut aufgehoben gewesen, von ihren wirtschaftspolitischen Positionen her. Also Ihre Analyse war ja bisher, dass Sie gesagt haben, ja, also ein wichtiges Thema, das dann auch die Leute zur AfD treibt, ist eben die Migration und die fehlende Integration und so weiter. Jetzt ist ja aber besonders auffällig, auch keine neue Erkenntnis, dass die AfD besonders stark ist in Gegenden, wo es kaum Migranten gibt. Also ländliche Gebiete. Auch das ist relativ leicht erklärt. Die Leute sehen die Verhältnisse in Berlin oder im Ruhrgebiet und denken, oh Gott, hier in der sächsischen Provinz ist es ja noch ganz schön. Ich will nicht, dass es so wird. Also das kann man doch total einfach erklären. Die Menschen sehen die negativen Folgen der Migration in anderen Regionen. und entsprechend versuchen sie dann das zu verteidigen, was ihnen an ihrer Heimat lieb und teuer ist. Und Kaliban fragt gerade im Chat, Ordoliberal, ja, ja, sie lobt auch einige Punkte der Ordoliberalen. Aber das Programm ist größtenteils sozialdemokratisch. Also das ist vor allem stärkeres Kartellrecht, vor allem Stärkung von Wettbewerb, Zerschlagung von Großunternehmen. Das hat sie von den Ordoliberalen übernommen tatsächlich. Aber ihr Programm ist sonst sehr sozialdemokratisch. Also der Ordoliberalismus war die deutsche Variante des Neoliberalismus. Und die Ordoliberalen, die waren im Gegensatz zu anderen Neoliberalen der Meinung, dass es staatliche Institutionen brauche, um Wettbewerb sicherzustellen. Beispielsweise das Bundeskartellamt. Und damit haben sie ja recht, da unser Wirtschaftssystem immer in den meisten Sektoren Richtung Monopolisierung tendiert. Und irgendwann wenige große Oligopole beziehungsweise Monopole entstehen, die den Wettbewerb verhindern. Und dementsprechend haben wir, wie gesagt, ein Bundeskartellamt. Und das will Wagenrecht beispielsweise deutlich stärken. Das wäre jetzt ein ordoliberaler Punkt. Aber der Rest vom Programm, Umverteilung von den Reichen zur arbeitenden Bevölkerung oder eine aktive staatliche Lohnpolitik, eine wachstumsfördernde Zins- und Fiskalpolitik, all das sind ja eigentlich sozialdemokratische Punkte. Im Osten, ja, ich komme noch mit dem Beispiel und dann sind Sie wieder dran. Also ein Beispiel, das wirklich für Furore gesorgt hat, war der Saale-Orla-Kreis. Da ist der Ausländeranteil 5,2 Prozent. Trotzdem, als dann die Stichwahl zum Landrat anstand, hat der AfD-Kandidat 47,6 Prozent bekommen. Also er konnte gerade noch verhindert werden, indem alle anderen Parteien sich dann hinter der CDU gesammelt haben. So, das zeigt doch eigentlich, dass in Gebieten, wo fast keine Ausländer sind, die AfD eine derartige Dominanz erzielt, dass es jetzt eigentlich nicht um die Ausländer gehen kann, sondern das... Wie gesagt, das ist dieser typische Denkfehler. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da gleich Wagenknechts Antwort ansehen müssen. Denn eigentlich ist es relativ klar. Die Leute sehen, wie es in Berlin aussieht und die haben keine Lust, wie in ihrer Region bald auch so sein wird. Relativ einfach zu erklären. Vielleicht dann tatsächlich so was doch eine Rolle spielt, wie Rassismus. Also dass den Wählern tatsächlich aufgefallen ist, dass in Thüringen Höcke eine Art Ariatum vertritt. Das macht er ja nun schon seit Jahren. Das weiß ja jeder. Und sie wählen dann trotzdem die AfD. Und obwohl da gar keine Ausländer sind. Das muss doch irgendwie eine andere Erklärung haben, als zu sagen, es sind zu viele Migranten im Land. Es ist ja auch nicht das einzige Thema, mit dem die AfD mobilisiert. Die AfD hat zum Beispiel in der Corona-Zeit sehr stark ihr Renommee ausgebaut, weil sie die Einzige war, die bestimmte Dinge kritisiert hat. Die AfD hat eine Position zum Ukraine-Krieg. Das hat sicherlich auch im Osten viele Leute auch erreicht. Und es ist natürlich auch dieses generelle, also der Eindruck der Menschen, und der ist ja berechtigt, dass in Berlin Leute regieren, die von irgendwelchen Ideologien getrieben werden, aber wenig Kompetenz und wenig Fähigkeit haben, Dinge umzusetzen und ihr Leben zu verbessern. Okay, Wagenknecht sagt jetzt, dass es noch andere Themen als Migration gäbe, und da hat sie sicherlich recht, natürlich. Aber im Chat schreibt gerade Kaliban, ich bin selbst Gastarbeiterkind und denke über Migration auch so. Ich kann mir Essen und Wuppertal, so wie Duisburg, nicht mehr geben. Ja, das meine ich ja. Also Zustände in deutschen Großstädten, der Anstieg der Kriminalität, die immer stärkere soziale Polarisierung, all das wird durch Migration natürlich massiv verstärkt. Also man muss ja wirklich die Augen vor der Realität verschließen, um das zu leugnen. Das führt zu einem großen Frust und zu einer Verärgerung und auch zu einem Gefühl, das, was ich will, das, was mir wichtig ist, das, was mein Leben ausmacht, das interessiert die dort doch gar nicht. Und das ist zum Beispiel in diesem Saale-Orla-Kreis, Kenia, Thüringen ein bisschen, auch in anderen Bereichen. Das sind ländliche Regionen, da fährt kein Bus mehr, da ist der letzte Briefkasten abgebaut, der letzte Landsarzt hat zugemacht. Da ist nichts mehr. Junge Leute gehen weg. Das ist ja auch für die Elterngeneration, das ist im Osten zum Beispiel wirklich auch ein Problem. Natürlich möchten Eltern, dass ihre Kinder vielleicht dann in der nächsten Stadt wohnen, okay, und nicht um die Ecke, aber irgendwie in Reichweite, wenn die dann alle nach Bayern gehen oder nach Baden-Württemberg und dann vielleicht nur noch alle zwei Monate vorbeischauen. Man empfindet das als Degradierung dessen, was man ja doch als Heimat oder als, ja, schon. Ja, stimmt, das kommt im Osten natürlich dazu. Also im Osten, da hat man in den 90ern diesen extremen wirtschaftlichen Absturz gehabt und seitdem haben sich diese Regionen nicht mehr erholt. Abfisch wird es immer schlimmer. Die Alten sterben weg und es werden zu wenige Kinder geboren und die ganzen Jungen, die sind in den 90er Jahren schon größtenteils ausgewandert. An der Stelle danke an Karim für das Abonnement. Ihr seid ja heute richtig fleißig. Ja. Als sein Zuhause ansieht. Also ich, das kann ich nochmal dazu sagen, ich komme ja selber aus einer eher ländlichen Region und da hat man eher keine Probleme mit Zuwanderung. Deswegen ist da schon die Differenz in einigen westdeutschen Großstädten schon sehr krass, wenn man sich das ansieht. Die wird immer schwächer, die Kaufkraft sinkt, die Infrastruktur wird schlecht und dann ist man, natürlich fühlt man sich von der Politik im Stich gelassen. Das sind alles Dinge, die neben Migration eine Rolle spielen. Und zu Migration noch ein Punkt, das gibt schon Studien, dass bei Migration gar nicht die Frage ist, wie viel absolut. Das ist auch gar nicht relevant. Weil es gibt gut integrierte... Sie machen doch ständig Höchstgrenzen. Das ist eine quantitative Aussage. Nein, das ist aber, wenn Sie sagen, wie viele Ausländer oder wie viele Menschen ohne deutschen Pass gibt es irgendwo. Das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Das sind Menschen, die sind gut integriert, die gehen normaler Arbeit nach. Das ist da überhaupt nicht die Frage, sondern das, was tatsächlich relevant ist, ist die Veränderung der Zahl. Wenn die Veränderung sehr schnell nach oben geht, dann scheitert meistens auch Integration und dann entstehen Probleme. Also die absolute Zahl, ich meine im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen, es gibt viele Bereiche, da ist von vornherein eine hohe Zahl, aber ein erheblicher Teil davon ist gut integriert. Und dann gibt es Bereiche und auch Viertel, wo sich die Probleme ballen. Und das ist mit den absoluten Zahlen überhaupt nicht erklärbar. Also das ist... Ich meine, auch in Prenzlauer Berg gibt es genügend Menschen, die keinen deutschen Pass haben, aber das ist dann vielleicht der IT-Spezialist und der Arzt. Und das ist ja eine ganz andere Art von Migration. Und da entstehen dann auch natürlich nicht diese Probleme. Also deswegen ist diese absolute Zahl relativ wenig aussagekräftig. Aber es sind eben auch die anderen Probleme, die mindestens genauso wichtig sind. Migration ist nur eins davon. Ja, also Sie hatten ja gerade gesagt, dass Thüringen ganz dramatisch darunter leidet, dass alle weggehen. Da muss ich jetzt mal sagen, das stimmt nicht mehr. Der Wanderungssaldo von Thüringen ist ausgeglichen. Es gehen genau... Das stimmt nicht mehr. Das ist ja wunderbar. Ich habe es gerade gesagt, in den 90ern sind alle jungen Leute abgehauen. Die Geburtenrate ist kollabiert. Und jetzt kommen natürlich viel zu wenige junge Leute, ob die jetzt einen ausgeglichenen Wanderungssaldo haben oder nicht. Die Bevölkerung schrumpft trotzdem enorm viel stärker als in Westdeutschland. Selbst bei einem ausgeglichenen Wanderungssaldo. Also, ja, das ist eigentlich ziemlich leicht erklärt. Genau so viele... An der Stelle nochmal danke an Seppi, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Weg wie kommen. Aber in die Städte. Ja, aber ich meine jetzt Ena. Aber Erfurt ist da jetzt nicht so weit weg. Ja, also wenn ich jetzt rechtsextrem wählen muss in Thüringen, weil mein Kind nach Erfurt zieht, so groß ist jetzt Thüringen aber nicht, dann ist das ja erschütternd. Naja, das Kind zieht aber schon in Größenordnung nicht nach Erfurt, sondern zum Beispiel hat Thüringen ein Lehrerproblem, auch Sachsen, weil eben zum Beispiel Bayern nicht weit weg ist. Da sind die Bedingungen anders. Auch die Gehälter übrigens. Also wenn ich im Automobilbereich arbeite, kriege ich in Bayern ein ganz anderes Gehalt als in Thüringen. Wie gesagt, der Wanderungssaldo ist ausgeglichen. Es kommen genauso viele Leute aus Westdeutschland nach Thüringen wie aus Thüringen nach Westen gehen. Also das kann jetzt irgendwie nicht stimmen. So, jetzt noch die letzte Frage. In den Saale-Orleik-Kreis bestimmt nicht. Nein, das ist... Obwohl der schön ist. Also genau. Diesen Einwand habe ich schon vorhergesehen. Deswegen kommt jetzt... Die allerletzte Frage und dann können Sie erst mal in die wirklich wohlverdiente Pause gehen, bevor es dann zum nächsten heißen Thema geht, nämlich zur Ukraine. Aber jetzt mal letzte Frage. Also Sie sagen ja, das Problem ist, es ist halt ländlich und das erklärt dann eben den Orla-Saale-Kreis. Jetzt haben wir aber ein Bundesland in Westdeutschland, das ist auch sehr ländlich, nämlich Schleswig-Holstein. Und da ist es so, dass die AfD 2022 wieder aus dem Landtag geflogen ist, in dem sie schon saß. Sie hat nämlich nur 4,4 Prozent bekommen. 2022, Corona war schon, der Ukraine-Krieg lief schon. Jetzt die Frage an Sie. Was macht der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther alles richtig? Also ich kenne nicht die aktuellen Zahlen von Schleswig-Holstein, wo die AfD heute dort stünde. Sicherlich hat das auch was damit zu tun, wer für die AfD dort agiert. Vielleicht macht Daniel Günther auch manches richtig, kann schon sein. Also da fühle ich mich jetzt ein bisschen überfordert, die Landespolitik in Schleswig-Holstein zu kommentieren. Aber ich glaube, wie gesagt, diese 22, da hat die Ampel gerade erst angefangen. Meine These wäre, dass auch dort jetzt die Werte deutlich höher wären. Also nicht unbedingt landespolitisch, aber für die Bundespolitik. Und dass man eben auf Landesebene... Ich habe hier gerade eine Wahlumfrage von Ende 2023 gefunden, vom 15. November, um genau zu sein. Da lag die AfD bei 12 Prozent und wäre damit für die AfD in Schleswig-Holstein. Also geringer als im Bundesschnitt, fast 10 Prozent geringer sogar, aber deutlich im Landtag. Also auch da wäre die AfD zweistellig im Landtag vertreten. Also Wagenknecht hat auch hier, obwohl sie es nur vermutet hat, tatsächlich recht. Teilweise gegensteuern kann, das ist sicherlich so. Auch eine gute Regierung. Wie gesagt, in Thüringen war eben auch das Problem einer nicht mehrheitsfähigen Regierung. Das ist immer handlungsunfähig. Das kann man schon auf Landesebene etwas kompensieren, aber am Ende geht es ja schon darum, dass wir einfach auf Bundesebene eine andere Regierung brauchen und dass die Menschen einfach auch erwarten können, in einer Situation, wo es weltweit viele Krisen gibt, wo auch sicher vieles schwierig ist, dass sie eine Regierung haben, wo sie das Vertrauen haben, dass sie versucht, sie gut durch diese Krisen zu navigieren und dass sie nicht zu all den objektiven Problemen, die es ja auch gibt, noch ganz viele zusätzliche Probleme schafft, weil sie einfach nicht in der Lage ist, eine vernünftige Politik zu machen. Und dass das schon für unser Land Schaden anrichtet, das glaube ich, ist eindeutig so. Noch ganz kurz eine letzte Frage stellen. Also Sie haben ja noch mal gesagt, also eigentlich ist das Problem die Bundesregierung, die muss abgelöst werden. Deswegen jetzt die Frage an Sie, werden Sie als Bundeskanzlerin kandidieren? Also als Kanzlerkandidatin, so wäre der richtige Austritt. Also wir legen zurzeit bei den Umfragen zwischen 5 und 7 Prozent. Da ist es etwas lächerlich, als Kanzlerkandidat anzutreten, obwohl ich meine, gut, also immerhin liegen wir vor einer Regierungspartei, darauf bin ich auch stolz, also in allen Umfragen. Aber sollten wir nach diesem Wahljahr, wenn wir hoffentlich sehr gute Wahlergebnisse haben, andere Werte haben, werden wir die Frage noch mal diskutieren. Aber ich finde, man sollte da wirklich immer auf dem Teppich bleiben und das wirklich auch davon abhängig machen, wo man gerade steht und ob das realistisch ist oder nicht. Ja, also wie schon angekündigt, letztes Thema, das natürlich dringend... Ja, damit sind wir beim nächsten Thema. Dazu kommen wir gleich. Kommen wir nun zum zweiten und deutlich kontroverseren Teil der Diskussion zwischen Ulrike Herbern und Sarah Wagenknecht. Im ersten Teil ging es um unterschiedliche Themen, AfD, wie verhält man sich zu Anträgen der AfD, Migration, also unterschiedlichstes Sammelsurium an Themen und was Wagenknecht dazu denkt. Und jetzt kommen wir zu dem, glaube ich, kontroversesten Thema, nämlich dem Ukraine-Krieg und unserem künftigen Verhältnis gegenüber Russland. Besprochen werden muss die Außenpolitik. und auch da sind sich ja AfD und BSW sehr einig, wenn es darum geht, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu deuten. Also vielleicht, um alles vorab schon mal juristisch zu klären. Sie sind ja auch der Meinung, dass der russische Angriff ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Ja, selbstverständlich. Wenn man ein anderes Land überfällt, dann ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Ich finde nur erstaunlich, dass ausschließlich bei diesem Krieg das immer betont wird. Also auch der Irak-Krieg, auch der Krieg in Afghanistan, auch der Krieg in Libyen, das waren alles völkerrechtswidrige Kriege. Ich mag das Publikum. Das muss ich an der Stelle mal ganz ausdrücklich sagen. Ja, völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist genauso wie tote Leiche. Einer schreibt es gerade im Chat. Brauchst du es eigentlich nicht nochmal betonen, dass ein Angriffskrieg völkerrechtswidrig ist. Also es gibt ein Völkerrechtsverbot, das heißt Gewalt gegen ein anderes Land. Das ist schon ohne, dass es zu einem offenen Krieg kommt, an sich schon völkerrechtswidrig. Außer, wie gesagt, außer zur Landesverteidigung. Also wenn du von einem anderen Land angegriffen wirst. Das ist deutlich zu sagen, das macht diesen Krieg nicht harmloser. Aber ich finde diese Einseitigkeit, auch diese moralische Empörung, die ich dann bei Frau Baerbock oder woanders erlebe, die hätte ich mir bei anderen Kriegen auch gewünscht. Jetzt bleiben wir einfach mal bei der Ukraine. Das muss ja kommen, obwohl Sie das ja schon ganz oft gehört haben. Also im Februar 2022 waren Sie vier Tage vor dem Überfall auf die Ukraine, waren Sie ja noch bei Anne Will und haben da eigentlich mehr oder minder deutlich gesagt, dass Putin nicht angreifen würde und haben da wörtlich gesagt, ein russischer Einmarsch wird von amerikanischer Seite herbeigeredet. Und der Wunsch, nämlich ein Angriff, ist der Vater des Gedankens. Also man muss wirklich sagen, Sie sind davon ausgegangen, dass Putin nicht angreift. Ganz so stimmt es nicht. Also ich habe nicht gedacht, das stimmt, da habe ich mich geirrt, dass der Angriff so direkt bevorsteht. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass diese Truppenzusammenziehung, dass das eher so eine Drohgebärde war, um etwas zu erreichen. Mit diesem Irrtum war ich, glaube ich, nicht ganz alleine. Aber ich habe trotzdem auch in der Sendung, übrigens und auch in anderen Sendungen damals sehr deutlich gemacht, dass ich schon dort eine Kriegsgefahr heraufziehen sehe, weil die Russen haben ja sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie es nicht akzeptieren wollen, dass sie auch nicht akzeptieren werden, dass die Ukraine Teil der militärischen Einflusszone der USA wird, mit Militärbasen, Raketenbasen, Geheimdienststützpunkten. Und es gab ja schon damals, es gab 4.000 NATO-Soldaten in der Ukraine, es gab gemeinsame Manöver. Und die Russen haben immer wieder moniert und haben gesagt, nein, also wenn das so weitergeht, dann werden wir dort intervenieren. Ich sage nicht, dass ich das legitim finde. Ich finde das generell nicht legitim, irgendein Problem mit Krieg zu lösen. Ich verurteile Kriege und zwar jede Art von Krieg. Aber man hätte trotzdem, man hätte meines Erachtens auf diese russischen Warnungen oder Ansagen reagieren müssen. Und ich habe damals gesagt, wenn man diese NATO-Integration der Ukraine weiter betreibt, dann wird es Krieg geben. Das habe ich damals gesagt. Ich habe nur nicht gedacht, das habe ich tatsächlich nicht, dass wir vier Tage vor Kriegsbeginn stehen. Also was Sie in der Sendung gesagt haben, das stimmt, ist, dass Sie sich vorstellen können, dass im Notfall irgendwann lange hin Putin mit militärischen Mitteln eingreifen würde in der Ukraine, um eben zu verhindern, dass die Ukraine irgendwann Mitglied der NATO wird. Jetzt ist es aber so, dass man ja damit das Gefühl hat, dass Sie die Erzählungen von Putin einfach übernehmen. Also Putin hat... Oh Gott, also Wagenknecht, ich hatte gerade schon überlegt, ob ich bei Wagenknecht kurz unterbreche und sage, ach, die drückt sich ja schon wieder so vorsichtig aus. Aber ihr seht es hier, es ist egal, wie vorsichtig, es ist egal, wie klar man sagt, dass man Krieg ablehnt, dass man das moralisch verurteilt, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, was man gar nicht extra erwähnen bräuchte. Es ist völlig egal, wie gemäßigt ihr euch ausdrückt. Wenn ihr nicht auf Linie der westlichen Propaganda seid, Putin böse, er handelt nicht rational und wir müssen der Ukraine alles liefern, was sie anfordert, um diesen Krieg, solange es geht, fortsetzen zu können. Wenn ihr das nicht sagt, dann seid ihr auf Putins Linie. Also so bescheuert ist die Diskussion in diesem Land tatsächlich. Und Ulrike Herrmann ist ja eine der Apologetinnen dieser völlig verrohten Diskussionskultur. Er hat in der Tat, bevor er die Ukraine überfallen hat, immerzu erzählt, ja, da ist ja jetzt die NATO. Aber hinterher hat ja zum Beispiel der Wagner-Chef Prigoshin, kurz bevor er dann von Putin ermordet wurde, in seinem Telegram-Channel gesagt, es ging gar nicht um... Also jetzt mal eine Detailfrage. Ist es schon bewiesen, dass Putin Prigoshin umgebracht hat? Also klar, er ist sicherlich verdächtig, aber ist das schon nachgewiesen? Oder schwobelt sich das Herrmann hier nur zurecht, dass das nachgewiesen wäre? Um die NATO? Das ist immer falsch gewesen. Es geht um das russische Imperium. Und auch jetzt, nur um das zu beweisen, ist es ja so, dass Putin eigentlich alle russischen Truppen an der baltischen Grenze abgezogen hat, weil er diese Soldaten im Krieg in der Ukraine braucht. Aber er würde ja nicht die ganze baltische Grenze freiräumen, wenn er im Ernst denken würde, dass die NATO jetzt vorhat, anzugreifen. Also die Frage ist ja wirklich, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das, was Putin erzählt, auch wahr ist? Weil der lügt doch die ganze Zeit. Ja, weil das völlig rational ist. Also Russland hat kein Interesse daran, dass immer mehr Nachbarstaaten in die militärischen Strukturen der NATO eingebaut werden. Also das ist einfach völlig, also laut jeder politikwissenschaftlichen Theorie ist es völlig normal, dass Russland seine Sicherheit bedroht sieht, wenn die Sicherheit, also wenn der Westen militärisch näher an Russland ranrückt und damit seine eigene relative Position verbessert. Also ich wiederhole jetzt nur, was Prigoshin. Ich reiße eine Aussage von Prigoshin, die er bei einer ziemlich wütenden Ansprache vor so einem halbkaren, soll man das jetzt, was er damals gemacht hat, vor seinem Marsch auf Moskau da sich wütend zusammengeredet hat. Das reiße ich jetzt aus dem Kontext und versuche damit dann alles andere, was russische Politiker jemals gesagt haben, was auch zur russischen Politik der letzten Jahrzehnte passt. Das versuche ich damit jetzt undültig zu machen, indem ich diese eine Aussage von Prigoshin aus dem Kontext reiße. Und es ist ja nachgewiesen, dass die Ukraine ihren Beschuss nach dem Russland die Volksrepubliken Donetsk und Lorenz als unabhängige Staaten anerkannt hat, deutlich erhöht hat. Also die Ukraine hat da auch aus Eskalation gesetzt. Auch das ist nachgewiesen. Warum Prigoshin jetzt in diesem Ja, wenn du gerade so einen Putschversuch oder nennt es wie er wollt, was er damals vorhat, durchführen willst, dann sagst du natürlich was, um die Stimmung aufzuheizen. Also diese eine Aussage von Prigoshin, die allem widerspricht, was russische Politiker vorher gesagt haben und die auch der Faktenlage widerspricht, die würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Tatsächlich. Also es gibt ja, es gab ja viele westliche Diplomaten. Es gibt zum Beispiel den heutigen Geheimdienstchef, also den CIA-Chef, der war früher mal Botschafter in Moskau, der hat vor dem Krieg immer darauf hingewiesen, Burns heißt der Mann, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und NATO heißt jetzt nicht abstrakt NATO-Mitgliedschaft, sondern es heißt amerikanische Raketenbasen, amerikanische Militärbasen, dass das für die gesamte russische Elite, nicht nur für Putin, eine knallrote Linie wäre und hat gewarnt, die zu überschreiten. Es gab andere, die das angesprochen haben. Auch übrigens der ukrainische Verhandlungsführer in Istanbul. Also in Istanbul gab es ja am Anfang des Krieges... Auf Istanbul kommen wir noch. Nein, ich will aber was anderes sagen. Nein, wir müssen ja nicht, das wird sonst so viel. Nein, aber das ist aber wichtig, weil es zu diesem Thema gehört. Also der ukrainische Verhandlungsführer, also die rechte Hand von Zelensky, der Fraktionsvorsitzende der Zelensky-Partei im Kiefer Parlament, der hat die Verhandlungen in Istanbul geführt, für die ukrainische Seite und er hat wörtlich gesagt, dass das NATO-Thema, also dass sie auf einen NATO, die Russen wollten uns zwingen, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten und dann wörtlich, das war das Wichtigste für sie. Das war das Wichtigste für sie, sagt der ukrainische Verhandlungsführer über die Verhandlungen in Istanbul. Also nun kann man sagen, der lügt auch, aber warum soll er das tun? Also es gibt doch plausible Gründe, warum diese Frage für die Russen, wie gesagt, plausible Gründe, wird mir immer gesagt, hat sie den Krieg rechtfertigt? Nein. Nein, Deutschland und Georgien, Deutschland und Frankreich haben 2008 den NATO-Beitritt Georgiens und der Ukraine verhindert, weil sie wussten, dass Russland das nicht gutheißen wird, dass Russland da eventuell militärisch darauf antworten würde. Also das war mal die Position der deutschen Bundesregierung, als sie noch nicht so einen verrückten kriegstreiberischen Kurs gegenüber Russland geführt hatte, sondern noch eher auf Ausgleich bedacht war. Ich meine, die deutsche Bundesregierung hat ja bis 2014 sich eher als Mittler zwischen Russland und den USA gesehen. Also das sollte man ja auch nicht übersehen. Und dass diese Haltung, die die deutsche Bundesregierung vor 2014 noch hatte, jetzt mittlerweile als russische Propaganda gilt. Also es zeigt wirklich, wie sehr sich der Diskurs in diesem Land radikalisiert hat. Und es war ja auch die richtige Entscheidung der Bundesregierung, 2008 die Ukraine nicht mit in die NATO aufzunehmen, sonst hätte es den Ukraine-Krieg wahrscheinlich schon 2008 gegeben. Also auch damals war die russische Position vollkommen klar, wir werden darauf militärisch antworten, wenn die NATO versuchen sollte, die Ukraine in ihren Einflussbereich zu ziehen. Und das hat man dann 2014 auch getan mit der Krim-Annexion. Aber man muss ja erklären, warum es dazu kam. Die Ukraine hatte bis zum Jahr 2014 ihrer Verfassung sich verpflichtet, ein neutraler Staat zu sein. Sie war damals ein militärisch sehr schwaches Land. Wenn Russland aus imperialen Aspekten die Ukraine hätte unterwerfen wollen, vor 2014 wäre die Ukraine wehrlos gewesen. Die hätten sie überfallen, die hätten sie überrannt. 2014 war der Maidan. Danach hat die Ukraine in ihre Verfassung geschrieben, dass sie die NATO-Mitgliedschaft anstrebt. Und sie wurde dann ja auch von den USA sehr stark auch hochgerüstet. Ein klarer Bruch des Budapester Memorandums übrigens. Oder ein klarer Verstoß gegen das, was im Budapester Memorandum an machtpolitisch, was machtpolitisch da eigentlich für Einmacht war. Also die Ukraine bleibt neutral und im Gegenzug respektiert Russland die territoriale Integrität der Ukraine. Das war mehr oder weniger der Deal mit dem Budapester Memorandum. Und dadurch, dass die Ukraine sich einseitig in Richtung der NATO orientiert hat, auch schon durch den Putsch 2014, der ja die Grundlage dafür war, hat Russland diesen Deal halt als verletzt angesehen und dann entsprechend reagiert. Und jetzt, nachdem die NATO auch nach Krim-Annexion und nach Bürgerkrieg nicht davon abgelassen hat, die Ukraine immer weiter ins westliche Bündnis zu ziehen, hat Russland jetzt auf eine neue Eskalationsstufe geschaltet. Also das kann man alles rational erklären, was Russland da gemacht hat. Das ist nicht irrational. Also es ist nicht so, als würde die russische Regierung heute so und morgens so handeln und man könnte nicht prognostizieren, was sie tun würde. Und Russland ist ja auch verhandlungsbereit, was Frieden im Ukraine-Krieg angeht. Also aber darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Ulrike Hammer hat ja gesagt, über Istanbul werden wir noch zu sprechen haben. Und ab dann eskalierte dieser Konflikt, bis er dann eben im Jahr 2022 wirklich auch zu einem Krieg geführt hat. Auch, sag mal, honorige Menschen, denen man wirklich nicht unterstellen wird, dass sie irgendwie mit Putin unter einer Decke stecken, Klaus von Donany zum Beispiel, hat immer wieder auf diesen Aspekt hingewiesen. Also viele haben das angesprochen. Und deswegen, ich finde das sehr plausibel, dass das die Erklärung ist. Und deswegen bin ich so empört, dass man nicht versucht, über diesen Punkt zu verhandeln, sondern ist immer zu einer Frage der Territorien und des Nationalismus macht. Kriege sind immer auch nationalistisch geframed. Also wenn man einen Krieg führt, entsteht natürlich immer auch eine nationalistische Erzählung, weil man damit die Leute quasi auch motivieren will für diesen Krieg. Und in diesem Fall ist von beiden Seiten der Nationalismus natürlich im Zuge dieses Krieges extrem gestiegen. Also die Russen werden in der Ukraine als quasi nicht, also entmenschlicht, als Monster dargestellt. Und umgekehrt wird eben in Russland jetzt der Ukraine jegliches Existenzrecht abgesprochen. Und das stimmt schon. Aber das ist meiner Überzeugung nach nicht die Ursache, warum es zu diesem Krieg gekommen ist. Ja, und das ist auch nicht die russische Position, dass die Ukraine nicht mehr existieren soll. Also die russische Verhandlungsposition, okay, jetzt sind wir wieder bei Verhandlungsbereitschaften, dazu werden wir gleich noch kommen, ist ja Anerkennung, das sind die Forderungen an die Ukraine, Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Also nicht Ende der ukrainischen Existenz, sondern nur Verschiebung der ukrainischen Ostgrenze etwas nach Westen, gar nicht mal sonderlich stark territorial gesehen. Die Ukraine wäre damit danach auch immer noch ein Staat mit mehr Anbindung. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine damit so stark, also stärker geschwächt werden würde, als beispielsweise durch die Schocktherapien in den 90ern, die die Ukraine ja auch ohne Probleme über sich hat ergehen lassen. Und ja, also es gibt eigentlich keinen Grund, die russischen Forderungen nicht anzunehmen, außer das geostrategische Interesse der USA, den Gegner Russland so hart es geht zu schwächen. Ganz egal, wie viele Ukrainer dabei sterben. Einziger, wenn man das aber genau jetzt sich das anguckt, dann ist hier einziger Zeuge William Burns, CIA-Chef. Nein, und der ukrainische Verhandlungsführer. Auf Istanbul kommen wir noch. Nee, das ist ja, ja, Sie lachen, Sie lachen jetzt, aber sowas hat doch eine Dynamik. Istanbul ist schon während des Krieges, das bringt nichts, Istanbul, April, März 2022, Krieg läuft schon, damit zu belasten oder das heranzuführen, ob was eine Kriegsursache ist. So, wo hat denn das William Burns eigentlich gesagt? Er hatte 2019 das gesagt. Wo denn? Wo haben Sie das her? In einer der englischsprachigen Presse. Nee, das ist Ihr Kronzeuge, ja, das ist Ihr Kronzeuge. Ja, und das heißt, Kronzeuge, das ist die verdammte Position der französischen und deutschen Regierung. Also 2008 war das noch deren Position. Heute ist das ja, wie wir gerade hören, russische Propaganda. William Burns ist jetzt nicht der Einzige. Es ist nur ein hochrangiger Politiker, den Wagenknecht hier sich gemerkt hatte. Also, dass Hermann das jetzt so hochspielt. Also, das haben zahlreiche Leute aus dem Westen gesagt. Also, wie gesagt, Herr Wagenknecht hatte noch Klaus Fondonani genannt. Der ist jetzt nicht so relevant wie William Burns. Aber trotzdem, dass Hermann das jetzt so darstellt, als wäre das irgendeine Privatmeinung. Gibt andere... Nein. Ich wüsste gerne, wo das steht, weil ich habe nämlich extra gegoogelt. William Burns, wie gesagt, ist heute... Also, ich schicke Ihnen das gerne noch zu, wenn Sie es wirklich nicht gefunden haben, suche ich es. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf die Quelle, aber... Weil ich nämlich dann auf der Suche war und dann habe ich was anderes gefunden. William Burns, CIA-Chef in dem Magazin Foreign Affairs, schreibt, es wäre ein historischer Fehler, wenn die USA jetzt nicht 60 Milliarden für die Ukraine bewilligen. Also, man hatte nicht den Eindruck, als würde da... Also, bei Istanbul, das darf man nicht als Argument heranziehen, die russischen Forderungen von da, weil die einen Monat nach Kriegsbeginn aufgestellt wurden. Aber William Burns, der sich zu einer aktuellen hattenden Debatte heutzutage äußert, also zwei Jahre, nachdem dieser Krieg begonnen hat, also das hat doch nichts mit seiner Äußerung aus dem Jahr 2019 zu tun. Also, Ulrike Herrmann will bei den russischen Gründen für den Krieg auf den Monat genau nicht, dass man beispielsweise Istanbul heranzieht, weil das ja nach Kriegsbeginn passiert sei. Aber wenn man William Burns zitiert, der 2019, bevor dieser Krieg begonnen hat, gesagt hat, dass das eine rote Linie für Russland sei, wenn die Ukraine in die NATO gezogen würde. Also, das ist jetzt wirklich absurd. Merkt sie nicht selber? Also, jetzt mal nach ihren eigenen Standards hier. Dass sie hier, wenn Wagenknecht sich irgendwelche Zitate raussucht, dass sie da einen völlig anderen Standard dran anlegt, als an die Zitate, die sie sich selbst raussucht. Also, sie legt sich alles so zurecht, wie es ihr gerade passt. Das ist genauso wie bei dem einen Brigoschin-Zitat. Wie gesagt, das widerspricht erstmal der Faktenlage. Die Ukraine hat sehr wohl ihren Beschuss gesteigert. Und das widerspricht auch allem, was alle russischen Politiker vorher gesagt haben, was Brigoschin auch vorher schon die ganze Zeit erzählt hat und auch danach wieder erzählt hat. Ja. Und diese eine Äußerung wird sich rausgesucht. Seht ihr, hier hat er mal was anderes gesagt. Also, das ist schon eine sehr selektive Art und Weise der Faktenwahrnehmung. Und das ist typisch für die westliche Kriegspropaganda. Man hat keine guten Argumente. Deswegen sucht man sich selektiv die Zitate heraus, die man am besten gebrauchen kann, um sein eigenes Narrativ durchzudrücken. Und das wirft man dann perfiderweise der Gegenseite die viel bessere Argumente hat vor. Also, das ist mir schon so häufig untergekommen. Und hier sehen wir es wieder, par excellence von Ulrike Herrmann. Burns irgendwie wahn, sondern ganz im Gegenteil. Er ist dafür, dass man die... Aber Sie haben jetzt den jetzigen Konflikt in den USA mit den Republikanern. Das ist aber doch etwas ganz anderes. Ja, aber wie gesagt, etwas anderes habe ich von Burns nicht gefunden. Außer, dass er der Meinung ist, man muss die Ukraine aufrüsten. Ja, weil es ist ja schwierig, bevor Sie hier weiter rumzischen, es ist ja schwierig, Kronzeugen zu zitieren und dann nicht zu wissen, wo das eigentlich herkommt. So, jetzt würde ich... Darf ich jetzt noch eine Frage stellen, ja? So, jetzt zum Thema Russland und die NATO. Also, Russland wurde 1998 in die G7 aufgenommen. Es gab eine NATO-Grundakte von 1979. Da hat die NATO zugesagt, dass sie in den neuen Territorien, die zusätzlich aufgenommen wurden, das war aber nicht die Ukraine, denn die wurde ja gar nicht aufgenommen, aber baltische Staaten und so weiter, keine Stationierung von Nuklearwaffen, keine Einrichtung regionaler NATO-Kommandozentralen und keine substanziellen Kampftruppen auf dem Territorium neuer Mitglieder. Außerdem gab es ein NATO-Urschland. Ja, und das ist ja schon gebrochen. Also, wie viele Militärübungen die NATO, übrigens mit Beteiligung der Ukraine, schon in osteuropäischen NATO-Staaten durchgeführt hat. Also, das ist ja schon hinfällig. Also, die NATO darauf verpflichtet hat, aber daran hält sie sich mittlerweile nicht mehr. Russland hat damals das Recht bestätigt, dass die neuen Staaten freie Bündniswahl haben, also in die NATO dürfen. Putin hat noch 2004 gesagt, dass er sich von der NATO nicht bedroht fühlt. So, dann kam 2008. Georgien und die Ukraine hatten, nee, die Amerikaner, Bush hatte die Idee, dass man die Georgien und die Ukraine aufnehmen könnte in die NATO, weil beide Länder das wollten. Das haben Frankreich und Deutschland verhindert. Die Ukraine hat zwar 2014 selber in ihre Verfassung geschrieben, dass sie gerne in die NATO will. Die NATO hat sie aber nie aufgenommen. Stattdessen, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, hat... Ja, die NATO hat da aber mitgeholfen, die Regierung wegzuputschen und anschließend wurde das Land verdeckt über die CIA und über Blackwater, was zu der Zeit schon militarisiert. Also, das ist ja... Also, de facto wurde die ukrainian NATO-Strukturen eingebunden, wenn auch noch nicht offiziell. Weil man genau wusste, dass Russland auf so eine offizielle Einbindung eben reagieren würde, wie die Krim-Annexion ja gezeigt hat. Also, die Krim-Annexion war ja eine Reaktion auf den Putsch in Kiew. Deutschland seine Gasversorgung an Russland ausgeliefert. Beispielsweise hat man sämtliche Gasspeicher an Gazprom verkauft. Über 40 Prozent des deutschen Gases kamen aus Russland und das war gewollt von den Deutschen. Die Idee war Wandel durch Verflechtung. Wenn man sein ganzes Gasnetz den Russen gibt, dann ist doch klar, das war das deutsche Signal, wir wollen euch nicht angreifen, denn wir sind ja energetisch von euch abhängig. Dann kam 2014 die Annexion der Krim und des Donbass durch die Russen. Was macht Deutschland? Nein, oh Gott, also nicht mal die Zeitleiste hat sich vernünftig drauf. 2014 kam keine Annexion des Donbass. In der Ukraine entstand ein Bürgerkrieg, der anfangs auch nicht vom Kreml unterstützt wurde, sondern von einzelnen russischen Nationalisten, die gegen den Befehl des Kreml handelten. Und ja, im Zuge dessen haben sich dann die zwei Volksrepubliken Donetsk und Luhansk gegründet, die erst ab Sommer 2014 von russischen Truppen unterstützt wurden, aber nicht annektiert wurden. Also die Annexion erfolgte erst nach Beginn, ein halbes Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges im Herbst 2022. Nicht schon 2014. Also selbst vor Beginn des Ukraine-Krieges, als man diese zwei Staaten als unabhängige Staaten anerkannt hat, hat man sie ja nicht annektiert. 2015 wird die Pipeline North Stream 2 genehmigt. So, das heißt, diese ganze Idee, dass die NATO da irgendwie Russland bedroht hätte, aus meiner Sicht, das muss ich halt so deutlich sagen, ist das faktisch gar nicht belegt, sondern... Realistische Theorie, also ist nur eine Denkschule, die das so sieht. Theorie des Realismus in der Politikwissenschaft. Wenn ein Staat mehr militärisches Material hat, dann betreffen das andere Staaten automatisch als Bedrohung, als relative Verschlechtung ihrer Machtposition und sehen ihre Sicherheit bedroht. Also wenn die NATO ihr Gebiet deutlich ausweitet oder wenn die NATO dabei hilft, eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine wegzuputschen, um dort ein westliches Marionettenregime zu installieren, dann betrachtet das Russland logischerweise als Bedrohung. Also dafür muss man jetzt kein... Also dafür muss man jetzt nicht 20 Jahre in internationalen Beziehungen geforscht haben. Das ist das Erste, was man dort lernt. Also wirklich. Jetzt macht Hermann sich wirklich lächerlich. Also sowas sei nicht belegt. Ja, so funktioniert die Struktur unseres Staatensystems. Wenn sich die relative Machtposition eines Staates verbessert oder eines Staatenbündnisses, dann verschlechtert sich automatisch die relative Machtposition hier konkurrierender Staaten. Ich würde sagen, dass es eine alternative Deutung gibt und das ist jetzt meine Frage. Ich musste so ein bisschen ausholen, damit Sie auch verstehen, wie ich dazu komme. Meine alternative Deutung wäre, es geht Putin um den Machterhalt. Und zwar in Russland und in seinem Imperium. Und das sozusagen... Er hat ja immer gesagt, ich fühle mich durch den NATO nicht bedroht und er war auch nicht bedroht. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Die Bundeswehr war so runtergespart, dass die Soldaten noch nicht mal Handschuhe hatten. Also wie soll man denn... Das war doch keine Armee, die kämpfen konnte. So, aber was 2014, was da passiert ist, ich glaube, das haben Sie ja auch schon angesprochen, ist, es gab den Euromaidan in Kiew. Die Ukraine haben sich gewehrt gegen eine weitere Annäherung an Russland. Es gab eine Wahl, wo dann... ...ein manipulatives Framing. Also, die EU wollte mit der Ukraine ein Assoziierungsabkommen machen und dieses Abkommen hätte die Ukraine aus dem gemeinsamen Handelsmarkt, aus der Zollunion mit Russland herausgerissen. Das wäre vollkommen klar gewesen, da Russland nie mit billigen Waren aus Europa überschwemmt werden wollte. Und da hat die ukrainische Regierung gesagt, nee, Russland ist der wichtigere Handelspartner, mit dem wollen wir es uns nicht verscherzen. Aus unseren eigenen Interessen setzen wir jetzt dieses Assoziierungsabkommen erst mal aus, also die Ratifizierung dessen. Mehr hat die ukrainische Regierung nicht gesagt. Und daraufhin haben provestliche Institutionen in der Ukraine, provestliche Thinktanks, Bildungseinrichtungen, die in Richtung des Westens gedreht waren, politische Parteien, die provestlich waren, Proteste organisiert, an denen dann auch sehr schnell die radikale Rechte sich beteiligt hat und die dann letztlich zumindest halbmilitärisch entschieden wurden. Also es wurden in zahlreichen, vor allem westukrainischen Städten, Rathäuser gestürmt, auf dem Maidan ist es zu Schüssen und zu Dutzenden Toten gekommen, wie Scharfschützen, wahrscheinlich irgendwelche Söldner, die zumindest mit den Maidan-Kräften verbündet waren. Also geschossen haben sie nämlich aus dem Hotel Ukrainer und aus dem Konservatorium. Das sind Gebäude, die damals von der Maidan-Protestbewegung kontrolliert wurden. Und diese Schützen, die haben sowohl Demonstranten als auch Polizisten erschossen, um die Stimmung gegen Janukowitsch anzuheizen. Das war ein paar Tage, bevor er dann endgültig gestürzt wurde. Es hat funktioniert. Janukowitsch ist nach Russland geflohen. Gegen ihn wurde geputscht. Also auch nachdem Teile der Maidan-Bewegung, also wie gesagt, da waren fanatische Rechtsradikale mit dabei. Janukowitsch mit einem Revolutionstribunal gedroht hatten, sollte er nicht binnen 24 Stunden nach der Revolution das Land verlassen. Also ja, wie gesagt, es fand ein Putsch gegen Janukowitsch statt. Er hatte Grund genug, um sein Leben zu fürchten und ist dann nach Russland geflohen. Und das war der Grund, warum Russland dann die Krim annektiert hat. Also, und wie gesagt, also ich wollte hier nur Hermanns wirklich erbärmliches, manipulatives Framing, oder es war ja schon eine Falschaussage. Also, es ging ja nicht darum, die Ukraine näher an Russland zu binden, sondern ganz im Gegenteil. Die Handelsbeziehungen zwischen der Ukraine und Russland, die sich gefestigt hatten, die sollten durch dieses Assoziierungsabkommen aufgebrochen und zerstört werden, was der ukrainischen Wirtschaft entsetzlichen Schaden zugefügt hätte, beziehungsweise ihr dann zugefügt hat. Ich meine, sie hat sich dann ja gegen Westen gewendet und der Handel mit Russland ist zusammengebrochen. Die Ukraine ist nach 2014 korrupter und ärmer und ungleicher geworden. Also, die Post-Maldan-Regime, die waren auch zwischen 2014 und 2021 ohne den russischen Einmarsch in die gesamte Ukraine schon eine einzige Katastrophe für die ukrainische Bevölkerung. Sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Die europäisch orientierten Kräfte an die Macht kamen und dann hat Putin die Krim und den Donbass erobert. So, das heißt, wovor er Angst hatte, war eine demokratische Ukraine, die in Serialzertiere. Also, wirklich Respekt an Sarah Wagenknecht, dass sie da so ruhig bleiben kann. Okay, die haben mit Moderatoren, die Unsinn reden, so häufig, wie sie in irgendwelchen Trickshauses war. Aber, Gott, wie gesagt, unter Beteiligung von Rechtsradikalen, unterstützt von westlichen Institutionen und Thinktanks, wird ein demokratisch gewählter Präsident weggeputscht. Und Ulrike Herrmann framet jetzt hier den Putsch gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten als, ja, Bewegung für eine demokratischere Ukraine, vor der Putin Angst habe. Nee, Putin hat einfach Angst. Also, was heißt Angst? Es ist nicht in russischem Interesse, dass die NATO sich immer mehr an Russland ranschiebt. Demokratie ist Russland dabei herzlich egal. Russland ist auch mit Armenien verbündet, was ja eine Demokratie nach westlichem Vorbild ist, was aber, ja, sich außenpolitisch eng an Russland bindet. Russland ist auf globaler eben jetzt beispielsweise mit Brasilien verbündet, auch mit Demokratie nach westlichem Vorbild. Also, Russland ist völlig egal, ob es eine Partner ja Demokratien oder Diktaturen sind. Russland ist wichtig, dass sie eben in russischem Interesse handeln. Wie jedem anderen kapitalistischen Staat auch. In der Bundesrepublik ist es völlig egal, ob sie mit Diktaturen oder Demokratien zusammenarbeitet. Es ist wirklich so ein Propagandasprech von Ulrike Herrmann hier. Es ist unfassbar. in die EU will. Und das ist ja dann sozusagen Machtstreben und hat doch, hat auch sehr viele innenpolitische Gründe, dann höre ich auf. 2011 gab es in Moskau, Putin war ja schon an der Macht, massenhafte Proteste, Hunderttausende waren in Moskau auf der Straße, um gegen die Fälschung bei der Parlamentswahl zu demonstrieren. Das heißt, Putin weiß, dass es Opposition in seinem Land gibt und er weiß, dass wenn die Ukraine, die ja direkt nebenan ist, mit vielen verwandtschaftlichen Verflechtungen, wenn die demokratisch wird, dass das auch sein eigenes Regime destabilisiert. So und warum finden Sie jetzt diese, also ich habe das erstmal so breit ausgebreitet, damit man die konkurrierende Analyse versteht, warum teilen Sie diese Analyse nicht? Weil ich sie wirklich überhaupt nicht überzeugend finde. Also Putin ist, um das vorab zu sagen, Putin ist ein autokratischer Machthaber. Ich habe keine Sympathie für das russische System. Nee, habe ich auch nicht unterstellt. Darum geht es aber auch gar nicht. Darum geht es gar nicht. Die Frage ist, ist es eine plausible Erklärung? Ich halte die Erklärung aus verschiedenen Gründen nicht für plausibel. Fangen wir an mit der Frage, haben die Russen Grund, der NATO zu misstrauen? Naja, also wir haben erlebt, Ende der 90er Jahre, als ersten europäischen Krieg, das wird auch immer vergessen seit dem Zweiten Weltkrieg, den Krieg in Jugoslawien. Die Bombardierung Belgrads, das war ein Verbündeter der Russen, also Milosevic war ein Verbündeter Russlands, der ist mit NATO-Kraft und mit NATO-Soldaten und mit NATO-Bomben angegriffen worden. Natürlich hat Russland das auch als gegen sich gerichtet mitempfunden. Das war der erste Punkt. Darf ich da kurz eine Frage stellen? Ganz kurz. Doch. Ich mag das Publikum. Ich habe es schon gesagt, das Publikum, das mag ich. Nein, ich habe eine Frage. jetzt nur die NATO hat ja damals Serbien bombardiert, das ist richtig, weil Serbien damit beschäftigt war, in Bosnien ein Massenmord. Bevor sie solche Fragen, sie guckt ja sogar auf ihren Zettel, kann sie da nicht die wichtigsten Daten recherchieren? Also Wagenknecht meint offensichtlich Krieg im Jahre 1999. Also darauf bezieht sich Wagenknecht hier offenkundig, weil das ziemlich klar ein, also ja, die NATO hat Serbien auch schon 95 bombardiert, aber es geht offensichtlich um den Kosovo-Krieg in einer Situation, wo im Kosovo gerade Bürgerkrieg herrschte und wo die NATO dann die zivile Infrastruktur in Serbien in Schutt und Asche gelegt hat, um die völkerrechtswidrige Sezession des Kosmos zu erzwingen. Also ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Das manche wagenknecht offensichtlich. Und Ulrike Herrmann lenkt jetzt davon ab oder hat sich die, gesagt, einfach mal die Timeline nicht angeschaut und redet jetzt über einen anderen Krieg hier? Äh, anzurichten. Das hat sich ja im Nachhinein ein bisschen anders dargestellt mit dem Hoveisenplan und so, die gab es ja nicht. Nee, das ist ja egal, aber es waren schon Tausende gestorben in Bosnien. Hingeschlachtet. Nicht Bosnien. Wie gesagt, wir sind gerade beim Kosovo. Nicht Bosnien. Andere Region. Andere Region. Von Serben. Das würden Sie jetzt bestreiten. Also ich glaube, dass es damals nicht einer Bombardier... Leugnen Sie den Spekermord von Srebrenica, der zwar jetzt nichts mit diesem Krieg zu tun hat, aber leugnen Sie den. Also wir sind hier im falschen Krieg. Ich weiß auch nicht, ob Wagenknecht das so richtig mitbekommen hat. Also es scheint gerade noch darüber nachzudenken, das was ja inwieweit das was Hermann hier gerade gesagt hat Sinne ergibt. Sie will jetzt glaube ich nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Hermann sich hier gerade im falschen Krieg befindet. Weil sie von Bosnien spricht und Wagenknecht vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Ende der 90er gesprochen hat. also Kosovo. ...Bondierung bedurfte, wo man sich sogar damit gebrüstet hat. Sie haben übrigens das gleich gemacht, was Putin jetzt teilweise macht. Sie haben auch Wasserversorgung, Energieversorgung bombardiert und da gibt es sogar Artikel darüber, wo die NATO dann gesagt hat, also das haben wir jetzt erreicht, jetzt haben die ein echtes Problem, kein Wasser mehr, kein Strom mehr. Also das waren schon völkerrechtswidrige Bombardements und es gab kein UNO-Mandat. Also muss man auch mal sehen, das war der erste Krieg ohne UNO-Mandat. Das war aber auch nicht der einzige. Es ging dann weiter. Afghanistan, da hat Russland sogar, das war schon Putin, so signalisiert, dass er das teilweise sogar mit unterstützt. Er hat da auch irgendwie die Hand ausgestreckt zu Busch. Also Afghanistan war auch in meinen Augen genauso völkerrechtswidrig, hat ja auch den Menschen in Afghanistan gar nichts gebracht. Aber vielleicht war das und zwar im Gegenteil, also Tod und auch viel Zerstörung und jetzt wieder regierende Taliban. Aber nehmen wir mal Afghanistan weg, gehen wir zum Irak. Auch Irak war ein Verbündeter, also geostrategisch nicht, weil der irgendwie Saddam Hussein ein toller Mann war. Also war er nun wahrlich nicht, war auch ein schlimmer Diktator, aber es war ein Verbündeter Russlands. Irak wurde angegriffen und es wurde das mit dem Ziel, Saddam Hussein zu stürzen, das hat man ja auch erreicht und auch dieses Land aus dem Einflussbereich Russlands rauszubrechen. Dann hat man in Syrien eine wirklich islamistische Opposition aufgerüstet. Also das waren ja auch keine Freiheitskämpfer. Also diese Al-Nusra-Front und was sich dort alles umtat, das waren wirklich üble Gesellen. Die wurden ja mit militärischen Mitteln von den USA ausgerüstet im Kampf, dann eben, weil man Assad stürzen wollte. Und Assad wollte man nicht stürzen, weil er ein übler Diktator ist, was er wirklich ist, sondern weil er ein Verbündeter Russlands war und bis heute ist, weil er wurde ja nicht gestürzt. So, dann ging es weiter in Libyen. Auch Libyen war ein Verbündeter Russlands, also eben Gaddafi. Gaddafi wurde auch gestürzt, auch da gab es kein UN-Mandat. Also es gab ja doch viele Kriege, die teilweise von der NATO als NATO, teilweise von NATO-Staaten, also die, die ich jetzt genannt habe, waren ja immer Koalitionen der Willigen, also es war nicht die formale NATO, aber es war immer die USA mit Verbündeten, die diese Kriege geführt haben und die zufällig immer sich gegen Länder richteten, die zwar Diktaturen waren, aber eben immer Diktaturen, die eben mit Moskau verbündet waren, während andere Diktaturen wie Saudi-Arabien oder Katar, die mit den USA verbündet waren, natürlich nicht mit Krieg überzogen wurden. Also es waren geostrategisch. Also Krieg gegen Demokratie fällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich nicht ein aus den letzten 20 Jahren, aber in Venezuela beispielsweise, da haben die drei Putschversuche durchgeführt in den letzten 25 Jahren. Also auch gegen demokratisch gewinzte Staatschefs wie Hugo Chavez und jetzt Nicolas Maduro versucht man zu putschen, wenn die eben nicht das tun, was man will. Man versucht dann irgendwelche CIA-Marionetten wie Juan Guaido beispielsweise einzusetzen. Also das ist ja schon so. ...Kriege, wo es um Einflusszonen ging und das ging immer darum, die russische Einflusszone zurückzudrängen. Natürlich hat Russland das wahrgenommen. Also auch wenn man jetzt nicht davon ausging, dass vielleicht Russland damit rechnet, dass morgen irgendwie Bomben auf Moskau fallen, war das eine unfreundlich feindselige Politik. Und das ist auch von Russland angesprochen worden. Ich meine, Putin, es gab ja die Münchner Sicherheitskonferenz, wo er aufgetreten ist. Das war, glaube ich, 2007, wenn ich das im Kopf habe, wo er sehr deutlich gesagt hat, dass er diese Art Politik, auch die Entmachtung des UN-Sicherheitsrates, war auch etwas, was Russland gegen die eigenen Interessen empfohlen hat. die sind ein Sicherheitsratsmitglied. Und auf einmal war der Sicherheitsrat nichts mehr wert. Man hat ständig Politik an ihm vorbeigemacht. Das war keine Politik der ausgestreckten Hand. Es war eine Politik, die konfrontativ war. Und am Ende hat sich damit auch durchgesetzt, was zum Beispiel auch George Cannon, der ist ja auch jemand, ein kluger Stratege amerikanischer Außenpolitik, in den 90er Jahren angekündigt hat. Er hat gesagt, wenn wir auf diese Art die NATO ausdehnen, wenn wir Russland nicht nach Europa holen, sondern aus Europa rausdrängen, wird es in Russland eine Stärkung der nationalistischen, militaristischen und repressiven Tendenzen geben. Genau das hat man erreicht. Also der heutige Putin ist tatsächlich nicht mehr der Putin, der mal im Bundestag geredet hat und die Hand ausgestreckt hat. Der ist ein anderer. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass das daran liegt, dass viele Russen keine Lust mehr auf Putin haben, dass das tatsächlich eine Diktatur ist, die sich an der Macht halten muss, indem sie Feinde außen kreiert, damit es innen passt. Ich meine, da sieht man doch auf Jelz. Aber er sitzt doch, also ich meine, dass die letzte Wahl nicht eine freie Wahl nach unserer Vorstellung war, das stimmt. Aber es gibt... Das war in Russland schon immer so. Aber früher war das halt kein Problem. Da hat der Westen das sogar noch gut gefunden, dass Jelzin massiv auf Wahlfälschung gesetzt hat und die Opposition drangsaliert hat. Da wollte man nämlich auf keinen Fall, dass die Kommunisten gewinnen. Bill Clinton hat Jelzin sogar noch seine Wahlkampfberater rüber geschickt. Also früher, da fand der Westen das gut, dass in Russland Wahlen massiv manipuliert werden und dass da die Opposition extrem benachteiligt wird, sowohl bei der Medienberichterstattung als auch beim Wahlprozess selbst dann. Also die Wahlen heute, die sind nicht unfreier, als die, die es in Russland in den 90ern gab. Aber in den 90ern hatte der Westen da kein Problem mit. Das ist die Heuchelei, die uns stört. Also jetzt, keiner sagt ja, dass in Russland alles gut laufen würde. Aber ja, wie gesagt, es war in Russland seit, ja, es war in Russland noch nie so, dass das irgendwie Wahlen nach Standards waren, die man sich in der Muster-Demokratie gewünscht hätte und die selbst in vielen westlichen Staaten ja nicht eingehalten werden. Das nur mal so am Rande. Russland ist ja beispielsweise auch wesentlich demokratischer als die Ukraine. Die Ukraine hat die gesamten linke Opposition zerschlagen und Wahlen bis auf weiteres abgesagt. Und das Mediensystem gleichgeschaltet, es herrscht eine aggressive Kriegszensur. Jede noch so kleine Kritik an der Regierung ist nicht gestattet. Jeder, der sich dort gegen die Regierung äußert, der kann mal eben 15 Jahre ins Gefängnis geschickt werden oder Besuch vom SBU bekommen oder von irgendwelchen faschistischen Milizen in vielen Städten de facto das Gewaltmonopol ausüben. Also ja, nur mal so am Rande, was demokratische Standards angeht. Aber in der Ukraine ist uns das egal, denn das ist ja ein Staat, das sind die Guten, die dürfen das. In Russland, da müssen wir da ganz laut rumschreien und das kritisieren. Unabhängige Meinungsforschungsinstitute, das ist auch in der deutschen Presse thematisiert worden, wir lügen uns doch in die Tasche, wenn wir so tun, als dass irgendwie die Mehrheit der Russen eigentlich am liebsten Putin stürzen würde. Also ich halte das für eine völlig jenseits der Realität. Er hat dort einen starken Rückhalt. Er hat ihn auch deshalb, weil er das Land stabilisiert hat und er hat es jetzt trotz dieses Krieges, der ja sehr viele Ressourcen fordert und natürlich ja auch ganz viele Menschenleben. Also es sind ja viele junge Russen, die jetzt dort furchtbar zu Tode kommen oder verletzt werden. Also er hat da trotzdem diesen Rückhalt. Und deswegen glaube ich, war es eine falsche Politik. Die deutsche Regierung hat lange Zeit eine andere Politik gemacht, das stimmt. Aber sie hat sie nicht konsequent gemacht. Also zum Beispiel hat man nach dem Maidan versucht, mit dem Münzger Abkommen den Konflikt zu befrieden. Und Maidan war ja jetzt für Russland wirklich nicht oder für die Russen ein Akt, wo man Angst haben musste, jetzt sind alle Russen begeistert von der Ukraine. Ich meine, der Maidan-Umsturz war damit verbunden, dass die russische Minderheit ihre Sprache nicht mehr verwenden durfte und wirklich auch kulturell massiv unterdrückt wurde. Das hat der Europäische Gerichtshof immer wieder oder der Europäische Rechnungshof immer wieder angeführt, auch als einer der Gründe übrigens, warum die Ukraine noch nicht mal einen Kandidatenstatus für die EU bekommen hat. Wir haben immer wieder gesagt, es ist eben keine Demokratie, es ist kein Rechtsstaat. Es ist ein ziemlich korruptes System, wo auch elementare rechtsstaatliche Grundsätze außer Kraft gesetzt waren. Selenskyr hat seinen Wahlkampf von einem Oligarchen finanziert bekommen, der dann als Dank dafür seine Leute in dem Staatsapparat verankert hat. Also das ist nicht das, was wir uns unter Demokratie vorstellen. Aber jetzt darf ich da mal zwei Sachen fragen. Das eine ist, Sie sagen, die Ukraine ist keine lupenreine Demokratie und damit unterstellen Sie aber dann so implizit, als wäre das okay, dass die Russen da einfallen. Die Ukraine ist ein wesentlich autoritärerer Staat als Russland. Ich glaube, das kann man einfach so sagen, wenn man sich die aktuellen Verhältnisse in beiden Ländern anguckt. Russland ist wesentlich demokratisch, die Ukraine. Das kann man, glaube ich, ziemlich klar so feststellen. Nein, überhaupt nicht. Bevor Sie antworten, hätte ich noch eine zweite Frage. Nein, ich möchte aber schon erst mal antworten, weil Sie jetzt sagen, ich habe reagiert auf die These, die ja immer wieder vorgebracht wird, dass irgendwie Putin einmarschiert ist, weil die Ukraine ein so ausstrahlungskräftiges Land ist, dass viele Russen jetzt der Meinung wären, weil die Ukraine sozusagen ein Vorbild ist, ein leuchtendes Beispiel. Genau, seht her, wollt ihr auch Bürgerkrieg, Diskriminierung von Minderheiten plus wirtschaftlichen totalen Verfall, Verarmung der gesamten Bevölkerung und vor allem der Rentner? Da hätten die Russen 2014 natürlich jubelnd geschrien, ja, das wollen wir auch. Wir wollen auch, dass westliche Agrarkonzerne sich unser gesamtes Ackerland unter den Nagel reißen. Das wollen wir, also dieses Argument ist so dermaßen bescheuert. Also gut, dass Wagenknecht hier auch nochmal auf die Diskriminierung der russischen Minderheit eingegangen ist. Es war ja auch noch ein Punkt, der die Sympathie vieler Russen für den Maidan-Putsch sicherlich auch noch sehr in Grenzen gehalten hat. Aber wie gesagt, die Ukraine, die hat sich seit 2014 wesentlich schlechter entwickelt als Russland. Also da jetzt irgend so ein Beispiel herbeizukonstruieren, auf das die Russen Hoffnungsverpflichtung könnten, also da muss man wirklich in so einem transatlantisch gefärbten Mediendschungel gefangen sein. Also da muss man wirklich die volkswirtschaftlichen Statistiken, die von den ukrainischen Statistikbehörden veröffentlicht werden, ignorieren. Also Hermann ist doch eine Wirtschaftsjournalistin. Also das ist doch gerade ihr Metier, da müsste sie sich doch auskennen. Also wer da eine kurze Übersicht will, ich glaube Russland und Osteuropa heißt der Artikel, oder Ukraine und Osteuropa, das wirtschaftliche Desaster, was wir angerichtet haben, wird vergessen. Es ist von Heiner Flasbeck, den hat er kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges zusammen mit Friederike Spieker geschrieben. Schaut euch das gerne an, das ist so eine vierteilige Artikelserie. Also da wird das nochmal einzeln aufgeführt. Also es ist wirklich so, ich glaube, ich brauche auf die Argumentation von Hermann nicht mehr weiter eingehen. Wagenknecht hat das hier schon zu Genüge gemacht und es ist den Russen zu sagen, seht ihr, hier werden die Renten zusammengestrichen, hier wird das Sozialsystem gekürzt und das Land wird gleichzeitig an westliche Konzerne verscherbelt, während gleichzeitig pro-westliche Oligarchen sich den gesamten Staatsapparat unter den Nagel reißen und die Korruption noch weiter explodiert, also noch höher wird, als sie vorher schon war. Also das ist keine attraktive Perspektive, wo irgendein Russe gesagt hätte, ja, das wollen wir auch. Außer vielleicht eine winzig kleine liberale Minderheit, die aber demografisch keine Rolle spielt. müssen wir jetzt auch in Russland so werden wie die Ukraine. Da habe ich als Gegenargument genannt, dass die Ukraine gerade, und zwar die Selenskik-Ukraine, oder noch schlimmer eigentlich die vorher, also da war eine neofaschistische Partei ja direkt, die Svoboda in der Regierung, das war eine Partei, die sich wirklich auf die allerschlimmsten Traditionen der Kollaboration auch mit den Nazis, auf antirussische Massaker und vieles andere gestützt hat, die war ja nach dem Maidan zunächst mal in der Regierung drin, also dass das jetzt ein Land ist, das für die Russen irgendwie ein Vorbild sein konnte oder eine Anziehungskraft entfalten konnte, also dass das ein Kriegsgrund ist, ist wirklich völlig aberwitzig. Ich hätte mal eine Frage. War die Wahl 2014 in der Ukraine, war die aus ihrer Sicht demokratisch, ja oder nein? Egal, was dann dabei rausgekommen ist, aber haben die Ukrainer demokratisch abgestimmt? Also der Sturz war kein demokratischer Akt, da war ein gewählter Präsident und dieser gewählte Präsident ist abgesetzt worden und der Maidan selbst. Und dann gab es Wahlen und waren diese Wahlen, waren die demokratisch organisiert, ja oder nein? Nein, weil die größte Oppositionspartei zerschlagen wurde und es massive Repressionen gegen die Opposition gab und die Gebiete im Osten gar nicht abstimmen konnte, weil da eben Bürgerkrieg herrschte und die Krim sowieso nicht, weil Russland annektiert worden war. Also natürlich nicht. Also es war der Versuch dieser Post-Madame-Regime, sich eine demokratische Legitimation zu beschaffen auf dem einfachstmöglichen Wege. Nein. Also da gibt es schon Zweifel, da gibt es durchaus Zweifel. Also wenn Oligarchen diese Macht haben, wie sie sie in Russland haben und auch in der Ukraine, dann muss man Zweifel ziehen, dass das demokratisch ist. Wenn Fernsehsender auch Oligarchen gehören, wenn es massive Unterdrückung auch ist. Also ich meine, genauso wie die russischen Wahlen keine freien Wahlen waren, muss man bei der Ukraine Fragezeichen annehmen. Also Sie würden sagen, die Ukraine ist eigentlich genauso wie Russland, wo jeder Oppositionspolitiker, Nawalny umgebracht wird oder gar nicht erst antreten. Ja, was ist mit Gonzalo Lira? Also die Frage muss ja jetzt immer kommen. Also Nawalny wurde erst mal, er ist in Russland verstorben, hat Russland natürlich die Verantwortung für, aber selbst westliche Geheimdienste beispielsweise, der ukrainische Geheimdienst sagen, dass Russland Nawalny wahrscheinlich nicht umgebracht hat. Also wie schnell Hermann bei irgendwelchen Fällen, wo in Russland jemand zu Tode gekommen ist, dabei ist, das war Putin, das war der russische Staat. Ja, gut, können wir machen, aber dann lasst uns beim Westen die gleichen Fälle einlegen. Okay, dann hat der ukrainische Staat Gonzalo Lira umgebracht, wenn der russische Staat Nawalny umgebracht hat. Also ist die Ukraine jetzt demokratischer? So beschreiben Sie die Situation in der Ukraine. Ich habe gesagt, dass es in der Ukraine eine Außerkraftsetzung von rechtsstaatlichen Instrumenten gibt. Das sagte der Rechnungshof. Der Rechnungshof hat immer, der europäische Rechnungshof hat immer wieder begründet, warum die Ukraine nicht Mitglied oder auch noch nicht mal Kandidat der Europäischen Union werden kann. Und hat darauf verwiesen, dass es elementare Verletzungen des Rechtsstaats gibt, dass es extreme Korruption gibt, dass eben die Macht von Oligarchen wirklich sich durch das ganze System frisst. Und das sind ja alles Dinge, die jetzt nicht dafür sprechen, dass es ein demokratisches Land nach unseren Maßstäben ist. Das rechtfertigt ja nicht, das Land zu überfallen. Ich meine, das ist ja bei anderen kriegen auch nicht eine Rechtfertigung. Um jetzt mal nach Deutschland zu kommen. Ist natürlich etwas gewagt, aber um jetzt mal so klarzumachen, was ich meine. Jeder, der Bayern kennt. Wir erfahren gleich noch, was Ulrike Herrmann meint. Also ihre Argumente. Ich hatte schon gesagt, ich befürchte Schlimmes und ja, ist es gut geworden. Also wirklich. Sie betet hier wirklich das Einmaleins der westlichen Propaganda runter. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Und ich kann euch zur Lage der ukrainischen Opposition folgenden Artikel von Maximilian Goldab empfehlen. Stimmen aus der Ukraine, linken oppositionellen Drohnen, Gefängnis oder Tod. Vielleicht verlinke ich es auch noch unter diesem Reaktionsvideo hier. Das ist ja schlimm, was Ulrike Herrmann hier erzählt. Das ist schon aus dem Mai 2023. Und da beschreibt er die extreme Repression, die nicht erst nach Kriegsbeginn 2022 begonnen hat, sondern die die gesamte Zeit, während die Post-Maldan-Regime, die Ukraine regierten, immer weiter stetig zugenommen hat. Also diese Regime, die sich dann da 2014 an die Macht geputscht hatten, die haben danach die Meinungsfreiheit sukzessive eingeschränkt. Und es gab auch immer wieder Morde an Oppositionspolitiker. Also wie gesagt, schaut euch diesen Artikel von Maximilian Goldab an. Ich könnte jetzt noch mal vorspielen, aber das würde zu lange dauern, das wären 20 Minuten. Ähm. Also in dem Abschnitt hier nennt er Beispiele für ermordete ukrainische Politiker. Die Namen kennen wir alle nicht, weil die in der westlichen Presse nicht breitgetreten wurden. Also von Oleg Kalaschnikow, Oles Bosina, von denen habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört. Aber Nawalny, da war hier drei Wochen Staatstrauer, nachdem der in russischer Haft zu Tode gekommen ist. Das ist genau das, was Norman Chomsky, ich lese gerade Manufacturing Consent, ähm, dort auch schon beschrieben hat. Ähm. Oppositionelle in verbündeten Staaten, wenn die zu Tode kommen, wenn die ermordet werden, das wird nicht erwähnt. Oppositionelle in feindlichen Staaten, da wird der Tod, äh, oder Gefangenschaft, so weit es geht, ausgeschlachtet. Und genau das ist das. Die Unterdrückung der ukrainischen Opposition, über die wird hierzulande nicht berichtet. Über die Unterdrückung der russischen Opposition, da wird aus jedem Fall, also das Maximum propagandistisch herausgeholt. Es ist einfach ein Doppelstandard, der den meisten Menschen, die sich auch in anderen Medien, in ausländischen Medien, alternativen Medien informieren, auffällt. Und deswegen hat das Publikum hier bei diesen ganzen Anmaßungen von Hermann und dieser wirklich völlig einseitigen Argumentationsführung auch richtig reagiert. Die CSU schon seit 1948 regiert, weiß, Bayern ist jetzt auch nicht ganz korruptionsfrei, ne? Ich meine, denke nur an die Massenskandale. Trotzdem würde... Wir hören uns mal nicht, Hermann Transargumentation an. Das ist mir zu blöd, ganz ehrlich. Jetzt kommt irgend ein Vergleich mit Bayern. Ich will jetzt gar nicht hören. Mal zum nächsten Thema. Wie gesagt, Opposition in der Ukraine, lest euch den Artikel von Maxim Goldab durch. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Nein, bevor Sie jetzt alle ganz empört sind, Sarah Wagenknecht muss auch demnächst nach Hause, weil sie morgen eine Rede im Bundestag halten muss und das muss noch vorbereitet werden. Und deswegen würde ich jetzt gerne so ein bisschen die Ursachenforschung beenden, egal wie man dazu steht. Und jetzt mal gleich nach vorne springen, nämlich wie man diesen Krieg jetzt eigentlich beenden kann, denn der läuft ja jetzt. Und Sie haben dazu ja auch einen Vorschlag. Vielleicht machen wir es am besten so, dass Sie jetzt einfach erst mal kurz Ihren Vorschlag vorstellen. Wohl wisst ihr was? Das ist ein gutes Thema für den nächsten Teil. Ich sehe, das geht noch 20 Minuten. Da wird bestimmt wieder fast eine Stunde Reaktion drauf, so wie Herr Herrmann hier richtig sehe. Also dementsprechend würde ich jetzt nochmal Pause machen und mit den Lösungen zum Ukraine-Krieg, wie man ihn beenden könnte, geht es dann gleich weiter. Kommen wir nun zum dritten Teil unserer Reaktion, Ulrike Herrmann gegen Sarah Wagenknecht. Der zweite Teil war wirklich sehr, sehr haarsträumend, wo es über die Ursachen des Ukraine-Krieges und unser Verhältnis zu Russland ging. Naja, aber jetzt kommen wir dazu, was könnte getan werden, um den Ukraine-Krieg endlich zu beenden. Und ich bin gespannt auf das, was Herrmann uns jetzt alles noch vorstellen wird. Vorstellen und wir das dann noch ein bisschen diskutieren. Na gut, der Vorschlag ist ja jetzt nicht meine individuelle Idee, sondern das ist ja etwas, was sehr, sehr viel, was die Länder des Südens schon lange fordern, was der Papst gefordert hat und was eigentlich sich nach dem gesunden Menschenverstand ergibt. Dieser Krieg wird militärisch nicht zu beenden sein. Waffenlieferungen werden diesen Krieg nicht beenden, weil die Theorie, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnen kann, die wird uns jetzt seit zwei Jahren erzählt und die Situation der Ukraine ist immer prekärer geworden. Also Waffenlieferungen beenden diesen Krieg nicht. Also gibt es nur eine Alternative, es muss Verhandlungen geben. Und ich finde, dass der Westen ein seriöses Verhandlungsangebot machen sollte, nämlich sagen sollte, ja, wenn die Waffen schweigen, dann hören wir sofort auf, auch Waffen zu liefern. Und wir sollten über die Frage, da ist eben der Disput NATO-Mitgliedschaft, Neutralität, das sollte das Kompromissangebot sein. Und über den Status des Donbass muss dann eben verhandelt werden. Ich denke, dass vor zwei Jahren es eine realistische Chance gab, dass die Russen das wieder geräumt hätten. Das ist ja zumindest das, was auch gesagt wird in den Istanbul-Verhandlungen, dass sie das angeboten hätten. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest ein Verhandlungsziel, dass die Menschen dort, so wie das in Deutschland, im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg war, nach einer Waffenruhe, nach einem Friedensschluss, irgendwann, vielleicht in fünf Jahren, wenn wirklich dort auch wieder Frieden eingezogen ist und wenn die UN dort mit Beobachtern vor Ort ist, dann selbst entscheiden können, zu welchem Land sie gehören. Und das wäre für mich eine Lösung dieses Konflikts, die auf jeden Fall vermeiden würde, dass dort jeden Tag weiterhin Menschen sterben, dass dort immer mehr Menschen verheizt werden und übrigens auch, dass die Ukraine immer mehr zurückgedrängt wird, weil Waffenlieferungen verhindern das nicht. Selbst wenn wir noch mehr Waffen liefern, also die These ist ja, wir haben ja noch nicht genug geliefert, das, was der Ukraine jetzt vor allem ausgeht, sind nicht Waffen, sondern Soldaten. Weil es gibt nicht mehr, die jungen Menschen wollen sich da, die jungen Männer nicht mehr verheizen lassen, sie haben nicht mehr genug einsatzfähige Soldaten. Und wenn wir nicht ernsthaft den Weg gehen wollen, den jetzt Macron vorgeschlagen hat, irgendwann auch mit Bodentruppen und damit wirklich als Kriegspartei in diesem Krieg einzugreifen, gibt es keinen anderen Weg als den Verhandlungsweg. Ich muss zugeben, dass ich Ihre Analyse gar nicht teilen kann, dass Kiew oder dass die Ukraine nichts erreicht hat, sondern ganz im Gegenteil, sie hat sehr viel erreicht und das zähle ich jetzt mal auf. Also es ist gelungen, dass Kiew nicht eingenommen wurde. Es ist gelungen, einen großen Teil des Oblasts Schakiv wieder zu befreien. Es ist gelungen, die Russen aus Kherson rauszutreiben. Es ist gelungen, dass Russland das Schwarze Meer nicht kontrolliert und die Ukraine sein Getreide unter höheren Kosten aber mit Schiffen exportieren kann. Es ist gelungen, dass der, dass die es den Russen nicht, dass die Russen es nicht erreicht haben, dass die gesamte Infrastruktur in der Ukraine zusammenbricht. Das war ja das Ziel. Strom weg, Wasser weg, alles weg. Es ist nicht gelungen, das sind auch im Westen sind die Kriegsziele von Putin nicht eingetreten. Es ist nicht so, dass der Westen zusammengebrochen wäre durch die ukrainischen Flüchtlinge. Das muss einem ja klar sein. Putin wollte vorsätzlich ganz viele Flüchtlinge erzeugen, in der Hoffnung, dass dann der Westen zusammenbricht. Es ist nicht... Und in Putins finsteren Plan war sicherlich auch vorgesehen, dass Russland die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufnimmt. Also wenn ein Land aufgrund von ukrainischen Flüchtlingen hätte müssen, also wenn man jetzt allein nach den Flüchtlingszahlen geht, dann wäre das wohl eher Russland gewesen. Aber ja, ja. Putin hat sein Gaskrieg gegen Westeuropa nicht gewonnen. Das heißt... Mein Gott! Also, wir weigern uns, russisches Gas zu beziehen. Beispielsweise durch den einen Strang von Nord Stream 2, der noch funktioniert. Was kommt daraus? Putin führt ein Gaskrieg gegen Westeuropa. Was ist das für ein fälliger Fakten, befreiter Schwachsinn? Wobei die meisten osteuropäischen Länder übrigens hauptsächlich noch über russisches Gas laufen. Ich glaube, Österreich und Ungarn beispielsweise decken ja fast den gesamten Gasbedarf aus Russland. Also das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Also irgendwie führt Putin keinen Gaskrieg gegen die Länder, die weiterhin russisches Gas kaufen wollen und das auch ordnungsgemäß bezahlen. Solange beispielsweise Pipelines auch nicht in die Luft gesprengt werden. Aber wie gesagt, es gibt ja bei Nord Stream noch einen funktionierenden Strang und Russland bietet die ganze Zeit an zu liefern. Also nicht Russland führt einen Gaskrieg gegen uns, sondern wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland und schneiden uns aber massiv ins eigene Fleisch. Eigentlich hat die Ukraine sehr viel erreicht. Was fehlt? Was fehlt? Sind Waffen aus dem Westen? Weil Sie sagen ja, Sarah Wagenknecht sagt, es fehlen die Soldaten. Aber ich meine... Ja, da hätte ich auch schon einen Lösungsvorschlag. Wir könnten ja mal ein Bataillon aus Taz-Schreibern zusammenstellen. Beispielsweise. Also die sind ja so begeistert davon, dass da Krieg geführt wird. Da sind die bereit, unsere Freiheit und die Demokratie und alles andere selbst zu verteidigen. Ich meine, Waffen liefern und die von ukrainischen Zwangseingezogenen bedienen zu lassen, das geht ja. Aber es ist nur so eine Idee, so ein Bataillon aus Platzredakteuren zusammenzustellen. Würden Sie sich in einen Schützengraben stellen, wenn Sie gar keine Munition haben und der Gegner, aber Artilleriegeschosse, dann würden Sie natürlich auch sagen, das lasse ich mal, wenn ich da nur einen Spaten habe, dann brauche ich auch nicht im Schützengraben zu sitzen. Das heißt, wie viele Soldaten die Ukraine hat, hängt ganz wesentlich davon ab, wie viele Waffen zur Verfügung stehen. Und damit Sie, bevor Sie weiter wohnen, würde ich Ihnen auch noch gerne erklären, was die... Würde ich Ihnen auch gerne noch erklären, was die Ukraine... Ich mag das Publikum. Also anders kann man bei Ulrike Hermann nicht reagieren. Also es ist wirklich nicht ihre Art, also nicht mal ihre Art, sondern es ist der unfassbare inhaltliche Schwachsinn, den sie hier die ganze Zeit redet. Das will man sich nicht die ganze Zeit anhören. Ich kann das Publikum voll und ganz verstehen. Was sind Sie? Was hier? Sie kann doch, Sarah Wagenknecht kann doch alle ihre Meinung dann hier auf dem Podium noch mal sagen. Aber die Waffen, die die Ukraine aus meiner Sicht bräuchte, wären eben Luftabwehrraketen, Munition und Raketen, mit denen man auch das Hinterland treffen kann, um die Logistik der Russen zu stören. Wobei, damit da keine Missverständnisse aufkommen... Ja, wobei, das wissen ja mittlerweile durch das abgehörte Telefonat, auch den Führungsoffizieren in der Bundeswehr klar ist, dass auch Taurus-Marschflugkörper diesen Krieg werden. Und dass sie den Kriegsverlauf nicht wenden werden, sondern dass sie ja wohl nur ein paar Russen töten werden und Russland ein bisschen Verluste zufügen werden. Also sie werden den Krieg verlängern, aber nicht den Kriegsverlauf ändern. Also ändern, wie gesagt, in dem Sinne nur, dass mehr Menschen sterben, aber das Ergebnis wird das gleiche sein. Das ist auch dem westlichen Führungspersonal völlig klar. Und dass Herrmann hier erzählt, wir müssen da Marschflugkörper liefern, damit Russland das Hinterland angegriffen werden kann. Wie gesagt, das wird nur zu zusätzlichen Toten führen. Es wird den Krieg verlängern, aber das Ergebnis wird auch dann wahrscheinlich ein russischer Sieg oder sehr viel wahrscheinlicher ein Kompromissfrieden sein. Also wenn der Westen irgendwann mal diese verhandlungsunwillige Haltung, die er gerade einnimmt, aufgibt. Es geht um das besetzte Gebiet in der Ukraine, wo die Russen ja ihre Logistikpunkte haben. Die müsste man eben auch stören können. Es geht nicht darum, Russland selbst anzugreifen. So, und nachdem ich das jetzt alles losgeworden bin, in dieser wirklich sehr freundlichen Atmosphäre, kann jetzt Sarah Wagenknecht ihre Antwort ergeben. Ehrlich gesagt, alles, was Sie angeführt haben, ist keine Antwort auf die Frage, wie dieser Krieg enden soll. Also das ist, weil, es stimmt ja, es stimmt, die russische Armee war nicht in der Lage, Kiew einzunehmen. Das sollte uns aber auch zu denken geben, wenn uns jetzt immer erzählt wird, dass Putin morgen Polen überfällt und übermorgen unter Brandenburger Tor durchmarschiert. Das zeigt einfach, wie stark oder auch wie schwach diese Armee ist und das haben sie übrigens erreicht, also dass sie nicht, dass sie vor Kiew umkehren mussten. Da hatte Deutschland genau 5000 Helme geliefert. Das waren die Waffenlieferungen. Also, um das mal zu relativieren, auch das andere, was sie angeführt haben, die ganzen Panzerlieferungen, die ganzen Game Changer, das kam alles später und es hat kein Game gechanged, sondern es hat, ja, es hat eben furchtbar dazu geführt, dass noch mehr Menschen gestorben sind, jeden Tag an der Front. Ich meine, wir sehen die Bilder nicht. Wir sehen immer mal ein Bild, wenn Haus kaputt ist, auch schlimm genug. Aber die Bilder von den jungen Männern, die dort an der Front auf beiden Seiten jeden Tag zerfetzt werden, blind geschossen werden, Arme und Beine verlieren, die sehen wir nicht und die halten wir vielleicht auch gar nicht aus. Manchmal gibt es Berichte, Spiegel war zum Beispiel mal einer, junger Mann aus der Ukraine, Augenlicht verloren, beide Arme verloren. Der zählt jetzt noch nicht mal unter die Todesopfer, aber das Leben von dem jungen Mann ist zerstört. Und die Frage ist, wie lange soll das noch so weitergehen? Und welche realistische Antwort haben diejenigen, die sagen, wir müssen noch mehr Waffen liefern, auf die Frage, wie soll es enden? Und ich finde, als Rolf Mützenich, dass im Bundestag eigentlich das Selbstverständlichste angesprochen hat, dass wir nicht nur darüber nachdenken sollten, wie wir einen Krieg führen, sondern vielleicht auch mal, wie man ihn einfrieren und perspektivisch beenden sollte. Ich war entsetzt, was da also plötzlich über den Mann einbrach. Also der hatte doch völlig recht. Genau darüber müssen wir doch reden. Ich würde gerne anmerken, dass Sie aus meiner Sicht sich gerade in einen Widerspruch verwickelt haben. Ja, weil es wurde ja die ganze Zeit gesagt, Russland hätte die Ukraine angegriffen, weil da so viele NATO-Soldaten waren, so viele NATO-Waffen und so weiter. Und jetzt sagen Sie, die Ukraine hatte doch gar nichts, nur 5000 Helme. Nein, die hatten im Vorfeld. Nein, sie hat. Gott, Wagenknecht bezieht sich auf die deutschen Waffenlieferungen. Und nicht auf die Aufrüstung, die seit 2000 ist. Wie gesagt, die ist ja auch verdeckt passiert. Also das hat man ja erst nach und nach erfahren, was die CIA, was Academy dort alles gemacht haben, hinter den Kulissen wohlgemerkt. Also die CIA-Bunker, die waren bis vor kurzem geheim. Die sind erst vor kurzem an die Öffentlichkeit gelangt. Dann haben sie die Russen besiegt und daran kann man sehen, dass die Russen gar nicht gefährlich sind, weil die Ukraine ohne alles hat die Russen besiegt vor Kiew. Also ich habe auf die deutschen Waffenlieferungen Bezug genommen. Die Ukraine ist im Vorfeld des Krieges ausgerüstet worden, von den Amerikanern, auch unter Donald Trump. Die haben sehr viel Waffen geliefert und Ausrüstung. Aber Deutschland hatte damals 5000 Helme geliefert. Ja, das stimmt. Das ist einfach die historische Situation. Wir reden ja hier über Deutschland und über unsere Waffenlieferungen, die angeblich diesen Krieg verändern sollen. Jetzt eine Frage, bevor wir wieder weitermachen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wie viel Waffen haben die USA zwischen 2014 und 2021 oder 2022, also vor dem Ukraine-Krieg? Sehr viele. Wie viele? Sagen Sie mal Milliarden. Wie viel? Ich weiß nicht, die genaue Zahl. Sehr, sehr viele. Also sie haben die Ukraine extrem hochgerüstet. Deswegen sage ich ja, wenn Russland tatsächlich aus Nationalismus diesen Krieg begonnen hätte, dann hätten sie ihn früher beginnen müssen, weil die Ukraine da noch wehrlos war. Die Ukraine ist im Zuge der Integration in die militärischen Strukturen der NATO immer mehr ausgerüstet worden. Aber ich will das jetzt auch gar nicht abbrechen. Ich möchte trotzdem mal anmerken, da wir schon Richtung 10 Uhr mit Sicherheit sind, dass wir doch langsam zum Ende kommen. Aber ich finde, ich würde nur gerne, bevor wir das Ende noch erreichen, würde ich jetzt gerne nachreichen, wie viele, was der Wert der Waffen war, die die USA von 2014 bis 2022 geliefert, also bis zum Kriegsausbruch. Das sind übrigens Zahlen vom Bundestag. Und ich hätte gedacht, dass Sarah Wagenknecht das weiß, wenn sie immer darüber redet. Die USA haben in sieben Jahren insgesamt Waffen in der Höhe von 2,7 Milliarden Dollar gelebt. Das war der Bundestag. Frau Wagenknecht ist im Bundestag und sie äußert sich ständig zu diesem Thema. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal nachreichen. Es waren 2,7 Milliarden Dollar an Waffenhilfen. Achso, ich hätte gedacht, viel mehr, um ehrlich zu sein. Nee, das steht im Bundestag. Kann ich Ihnen auch schicken. Ist da die versteckte Hilfe über, wie gesagt, Academy und die CIA mit drin? Hilfe, die nicht in Form von offiziellen Waffenlieferungen gekommen ist? Also ich weiß es nicht. Ulrike Herrmann zitiert ja jetzt die Zahlen. Deswegen ist das jetzt etwas schwierig, darauf einzugehen. Aber da würde mich interessieren, wie die erhoben sind. Nein, wissen Sie, weil es ja hier um Leben und Tod geht, das hat ja Frau Wagenknecht sehr plastisch beschrieben, glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Zahlen bekannt sind und auch stimmen. Und ich könnte Ihnen jetzt auch noch sagen, wie viel Dänemark, Tschechien, Frankreich, Polen und Deutschland geliefert haben. Aber das erspare ich Ihnen jetzt. Das können Sie ja alles beim Bundestag nachgucken. Also ich glaube nicht, dass Deutschland sehr viel geliefert hat. Nee, genau, 44 Millionen in sieben Jahren. So, jetzt so viel zur NATO-Präsenz in der Ukraine. Jetzt als letztes nochmal vielleicht die letzte Frage. Die ganz große Sorge ist ja immer, dass wenn man das macht, was Sie sagen, man macht keine Waffenlieferungen mehr seitens des Westens und hat dann irgendeine Art von Stillstand an dieser Front, dass dann Putin... Ich habe gerade einen sehr interessanten Artikel gefunden. Wir fact-checken das jetzt mal live, was Ulrike Herrmann hier gerade gesagt hat. Wir fact-checken das jetzt mal live, was Ulrike Herrmann hier gerade gesagt hat. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ich habe hier nämlich gerade einen Artikel gefunden. Ich hatte den gerade auf dem zweiten Bildschirm gesucht. Wartet, ich gebe mal ein... Wartet, 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 wartet. Der ist nämlich von 2021. Das finde ich sehr interessant. Das finde ich sehr interessant. Ich lasse mal weiterlaufen und lese mir in der Zwischenzeit einen Artikel nebenbei durch. Die Putin diese Zeit nutzt, um wieder aufzurüsten und erneut angreift. Warum ist... Das ist ja das, was sehr viele Sicherheitsexperten umtreibt. Warum sehen Sie das jetzt nicht als eine realistische Gefahr? Na, wenn die Analyse stimmt, dass tatsächlich diese Frage von NATO-Mitgliedschaft, Militärbasen, NATO-Stützpunkten der Auslöser ist, dann gäbe es ja den Anlass nicht mehr, wenn man darüber verhandelt. Und das Zweite ist natürlich, Russland braucht ja nicht unbedingt die Atempause. Also eigentlich braucht sie die Ukraine, aber wir sollten jetzt nicht sagen, wir machen Waffenstillstand, rüsten die Ukraine hoch, damit sie dann wieder den Krieg weiterführen kann. Aber wenn jetzt jemand davon profitiert, dass es jetzt einen Waffenstillstand gibt, ist das eher die Ukraine als Russland. Weil die Ukraine ist zurzeit in der Defensive. Und je weiter das geht, desto geringer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass Russland verhandelt. Also das sehe ich auch. Also wenn die Ukraine gar nicht mehr in der Lage ist, sich irgendwie zu verteidigen, warum sollen dann noch verhandelt werden? Also man sollte es selbst schnellstmöglich machen. Das ist das, was der Papst ja auch gesagt hat, dass im Eigeninteresse der Ukraine jetzt Verhandlungen nicht mehr blockiert werden sollten. Und die Wahrheit ist eben auch, wir wissen nicht genau, wie verhandlungsbereit Russland ist, das stimmt. Aber was wir wissen ist, dass die Ukraine immer noch ein Dekret in Kraft hat, das Verhandlungen ja verbietet. Also Selenskyj hat ja zurzeit keine, also ist ja gar nicht bereit zu verhandeln per Dekret. Und das ist ein Problem. Und er hat ja auch sofort, als der Papst das jetzt gesagt hat und auch als andere Länder das immer wieder gesagt haben, hat er das ja zurückgewiesen. Er hat ja gesagt, wir brauchen keine Vermittler zwischen uns und dem Aggressor. Aber wenn man keine Vermittler haben will, dann ja, wie soll das dann weitergehen? Also deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, schnellstmöglich jetzt zu versuchen, dort Verhandlungen einzuleiten. Wenn Sie sagen, vielleicht geht der Krieg dann wieder weiter. Ich finde, man muss natürlich auch in so einem Verhandlung über Sicherheitsgarantien reden. Ja, natürlich sollte man das machen, damit dann tatsächlich auch Stabilität herrscht, damit der Krieg nicht wieder aufflammt. Aber zu sagen, weil der Krieg irgendwann weitergehen könnte, beenden wir ihn jetzt gar nicht erst, ist ja auch nicht sehr, sehr, sehr schlüssig. Also ich würde gerne nur anmerken, dass das Dekret von... Also, ich habe es mir durchgelesen, der Artikel ist von 2021, da müsste man jetzt noch genauer recherchieren. Aber der Bericht, anonyme Quellen und ein Deal, der im Hintergrund vorbereitet wurde, der zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wurde, noch nicht abgeschlossen war. Ja, ich glaube, ich verlinke auch den Artikel da mal in der Beschreibung, weil ich das doch sehr interessant finde. Also, wie gesagt, 10 Billionen Dollar, okay, das ist jetzt Herstellung, Förderung der ukrainischen Rüstungsindustrie, sowie Aufstellung einer Privatarmee, mithilfe von, wie gesagt, von Blackwater, Academy, wie sie zu dem Zeitpunkt hießen. Aber das ist doch sehr, sehr interessant. Also, das, wie gesagt, in den Waffenlieferungen, ich wusste das da nicht. Also, mir ist das gleich komisch vorgekommen, dass diese Summe, die Herrmann da genannt hat, dass die nicht stimmen konnte. Also, das, wie gesagt, müsste ich jetzt noch weiter recherchieren, aber die Summe, 2,7 Milliarden Dollar, da habe ich mir sofort gedacht, da kann nicht alles drin sein. Da kann nicht alles drin sein. Da ist die verdeckte Unterstützung, wie gesagt, über Academy und über die CIA beispielsweise, zwei Kanäle, ist da nicht mit drin. Das sind nur die offiziellen Waffenlieferungen gewesen. Selenskyj sagt nur, dass man nicht mit Putin verhandeln will. Er sagt nicht, man will nicht mit Russland verhandeln. Naja, was heißt das? Also, ich meine, Putin ist ja nun mal der Präsident. Das mag man schön finden oder auch nicht, aber er wird für die nächsten fünf Jahre der Präsident sein. Oder ich weiß gar nicht, wie lange die Wahlperiode ist. Er ist ja gerade jetzt nun mal wiedergewählt worden. Also, es macht ja keinen Sinn, irgendwo zu sagen, naja, mit irgendeinem Russland unter irgendeinem Machthaber verhandeln wir, aber mit dem Russland, was wir jetzt nun mal haben, nicht. Aber Putin macht ja immer ganz klar, dass er nicht verhandeln will und dass er immer noch die Ziele... Das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Wenn ihr das von irgendeinem Journalisten hört, hier jetzt wieder von Ulrike Herrmann, dann stimmt das nicht. Russland ist verhandlungsbereit. Russland hat folgende Demilitarisierung, Entnazifizierung, Anerkennung der territorialen Realitäten und die wichtigste Forderung, Neutralität. Das sind die vier russischen Forderungen. Und die wichtigste Forderung, die ist wirklich die Neutralität der Ukraine. In Istanbul, da war Russland sogar ohne territoriale Verschiebungen bereit, also nur gegen Neutralität der Ukraine zu einem Friedensschuss zu kommen. Jetzt haben sich die russischen Forderungen verschärft, da sich die Ukraine vor Verhandlungspositionen verschlechtert hat. Und wenn dieser Krieg länger dauert, dann könnte es sein, dass sich die ukrainische Verhandlungsposition bis dahin noch weiter verschlechtert hat. Das heißt, wenn man diese, wie gesagt, sehr großzügigen russischen Bedingungen jetzt einlösen will, dann sollte man das schnellstmöglich machen und da nicht noch zwei Jahre warten und ein paar hunderttausend Menschen sterben lassen. Denn die ukrainische Position wird sich eher verschlechtern als verbessern. Russland ist verhandlungsbereit, Russland war verhandlungsbereit, aber ob Russland in zwei Jahren noch zu solchen guten Bedingungen verhandlungsbereit sein wird, das wissen wir noch nicht. Also das ist eher unwahrscheinlich beim aktuellen Kriegsverlauf. Das heißt, wenn man diese Bedingungen noch bekommen möchte bei Verhandlungen, dann sollte man eher jetzt verhandeln als erst in ein paar Jahren. Viele vertritt, die er auch in seinem Aufsatz schon im Sommer 2021 postuliert hat und jetzt immer noch. Erstens, die Ukraine gehört zu Russland. Zweitens, es geht um Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine. Das heißt, das Existenzrecht der Ukraine existiert aus der Sicht von Putin nicht. Also das Interview mit Tucker Carlson, also ich meine, Russisch ist nicht mehr so, dass ich jetzt alle Äußerungen von Putin irgendwie auf Russisch lesen kann. Das kann ich sprachlich nicht. Aber das Interview mit Tucker Carlson zum Beispiel war ja übersetzt, das habe ich mir angeguckt. Ich habe es auch wirklich ganz, ganz mir angeguckt. Und da hat er einerseits gesagt, naja, also das stimmt, er hat gesagt mit der Ukraine, also ob die überhaupt was Eigenständiges ist, da hätte er Zweifel. Aber er hat dazu gesagt, wie es auch immer ist, er wäre bereit zu verhandeln und zwar unter der Bedingung, dass die Ukraine selbstverständlich ein eigenständiger Staat bleibt. Und da hat er nochmal die NATO-Geschichte erzählt und auch nochmal sehr betont, dass das für ihn der Hauptgrund ist. Also das hat er ja so gesagt. Also ich meine, das kann man ernst nehmen, man kann sagen wie Sie, ja, der lügt ja sowieso. Aber dann kann man nicht im nächsten Satz sagen, ja, er sagt doch immer, er will nicht verhandeln. Also sagen tut er das nicht, das stimmt nicht. Also wenn Putin von einem eigenständigen Staat redet, der Ukraine, dann stimmt das. Aber er stellt sich das so vor wie weiß Russland, das ist auch ein eigenständiger Staat. Ja, die Westen hat Halbkolonien, Russland hat Halbkolonien. Kannst, also dass kleine Staaten nicht sonderlich souverän sind, das ist einfach eine Tatsache. Also und wie gesagt, die russischen Forderungen bei der Ukraine, die werden ja auf Neutralität hinauslaufen. Also die Ukraine hätte dann eine wesentlich größere Souveränität als Weißrussland, aber auch als Länder wie Bulgarien, Rumänien, Estland, Litauen. Also du kannst ja bei einem Land wie Bulgarien oder Rumänien auch niemandem ernsthaft erzählen, dass das souverän entscheiden könnte, in welchem Bündnis es wäre. Wenn da eine Regierung sagt, so wie dreht jetzt das NATO und die EU aus, dann ist die von heute auf morgen weg. Da gibt es entweder einen Putsch oder Massenproteste oder die parlamentarischen Partner wenden sich ab. Also da kriegt man durch Korruption oder durch etwas aggressivere Einflussnahme, wie gesagt, Ukraine 2014 durch einen Putsch, kriegt man das dann hin, die unliebsame Regierung zu beseitigen. Sollte es ohnehin mal so weit kommen, dass da so eine Regierung an die Macht kommt. Das weiß man ja normalerweise im Vorhinein zu verhindern. Also ja, kleinere Staaten sind nicht sonderlich souverän. Es gibt halt Großmächte, die sich Großräume erschließen und im westlichen Machtblock, da sind halt die USA der Souverän. Da sind die USA die raumordnende Macht. Wie gesagt, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man kann Russland jetzt schlechter finden als die USA, aber im russischen Großraum, da ist Russland die raumordnende Macht und im amerikanischen Großraum die USA. Das ist nun mal so. Das ist nun mal die Realität. Was er sich vorstellt, das ist zumindest ein souveräner Staat. Also ich meine, dass der auch, was die Frage der Demokratie angeht, nicht so gestrickt ist wie wir. Okay, aber es ist ein eigenständiges Land. Also ich kann mal jetzt nicht sagen, das ist jetzt kein eigenständiger Staat. Nein, es ist ein eigenständiger Staat, sage ich ja. Und Lukaschenko ist ein brutaler Diktator, der sich da an der Macht hält, weil Putin ihn stürzt. Und genau das hätte man doch dann auch in der Ukraine. Also so stellt sich das Putin nämlich vor. Der will gar nicht. Zelensky ist ein brutaler Diktator, der sich an der Macht hält, weil der Westen ihn stürzt. Also Äquivalenz zu Weißrussland. Nur dass die Ukraine mit ihrer Ukraine wahrscheinlich noch ein bisschen härter umgeht als Weißrussland gerade. Wobei man sagen muss, dass die Ukraine sich gerade im Krieg befindet. Also deswegen kann man Ukraine und Weißrussland nicht eins zu eins vergleichen. Das sollte man schon dazu sagen. Aber ja, Zelensky ist ein brutaler Diktator, der sich an der Macht hält, weil der Westen ihn stützt. Also das Argument kann man eins zu eins auch auf die Ukraine anwenden. Gar nicht. Die Ukraine regieren in dem Sinne, dass er dann da in Kiew sitzt. Sondern er will da so eine Art Satellitenstaat wie Weißrussland. Und die Leute, die jetzt schon in dem besetzten Teil von der Ukraine leben, erleben das ja genau. Ja, sie erleben das. Sie haben höhere Renten. Sie werden nicht mehr von dieser Regierung aus Kiew regiert, die das ganze Land hat verkommen lassen. Also die erleben das, dass sie jetzt von Moskau aus regiert werden. Und die Leute, die pro-westlich sind, denen geht es jetzt wahrscheinlich eher schlechter. Den Leuten, die pro-russisch sind, denen geht es jetzt wahrscheinlich eher besser als vorher. Also das Pech haben, wie gesagt, die Wehrpflichtigen auf beiden Seiten, die in diesem sinnlosen Krieg verheizt werden. Also von so einem russischen Oligarchenregime regiert zu werden, ist jetzt, glaube ich, nicht unangenehmer als von einem ukrainischen. Zumal sowohl was ökonomischer Wohlstand als auch demokratische Standards angeht, die Ukraine ist in der Ukraine noch um einiges schlechter aussieht als in Russland. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Chat fragt gerade, warum ich Selenskyj gerade einen Diktator genannt habe. Ja, Wahlen sind bis auf weiteres abgesagt. Es herrscht keine Meinungsfreiheit mehr in diesem Land. Man kann für wirklich sanfteste Kritiker in der Regierung anderthalb Jahrzehnte ins Gefängnis gesperrt werden. Der SPU kommt Oppositionelle besuchen. Faschistische Milizen kommen Oppositionelle besuchen. Also, naja, das ist schon seit 2014 so. Das ist nicht, weil du jetzt gerade schreibst, ja, das ist doch nur wegen der Kriegssituation. Nein, die Ukraine schränkt seit 2014 die Meinungsfreiheit massivst ein und geht brutalst gegen die Opposition vor. Das hat sich seit Kriegsbeginn nochmal enorm verschärft. Ich hatte den Artikel schon im letzten Reaktionsvideo empfohlen. Stimmen aus der Ukraine linken Oppositionellen drohen Gefängnis oder Tod. Geschrieben wurde das Ganze von Maxim Goldab, Vorsitzenden der Union der linken Kräfte für den demokratischen Sozialismus. Das ist eine linke Oppositionspartei und der Ukraine, die eben, ja, die verboten wurde. Nach Kriegsbeginn von Zelensky. Ich hab ja auch, also, du willst mir nicht zuhören, oder? Also, kannst du dir das ganze Video ja nochmal angucken, wenn ich es dann auf YouTube hochgeladen habe. Oder kannst du dir den Stream nochmal angucken. Ich hab das hier doch alles schon genau begründet. Meine Güte. Russifizierung, Deportation, Folter. Das heißt, Sie sagen ja, wenn man den Krieg beendet, dann kommen keine Menschen mehr um. Das ist aber, glaube ich, nicht die Perspektive vieler Ukrainer. Was heißt Russifizierung? Also, auch da muss man mal relativieren. Die Ukraine hat diese Gebiete, also die Post-Meidan-Regime, die ab 2014 an der Macht waren, haben diese Gebiete, die haben Geschichtsbücher umgeschrieben, die haben da versucht, die ukrainische Sprache zu fördern, so einen absurden ukrainischen Nationalismus in diesen Gebieten aufzudrücken, der dort kulturell nicht hingehörte, da das halt ethnisch-russische Gebiete sind. Also, ja, und Russland macht das Ganze jetzt in die andere Richtung, aber, ja, also wie gesagt, Hermann hat halt so eine simple Weltsicht, Ukraine gut, Russland böse. Und wenn Russland irgendwas macht ganz, ganz böse, muss man das ganz lange kritisieren. Wenn die Ukraine irgendwas macht, verliert man darüber kein Sterbenswörtchen. Das ist zwar so ziemlich das Gleiche, was beide machen, aber, wie gesagt, in der Ukraine, was demokratische Standards angeht, sind die wahrscheinlich noch wesentlich weiter eingeschränkt als in Russland. Aber bei der Ukraine, da muss man das, da darf man darüber nicht reden. Das sind ja die Guten, Russland sind die Bösen, da muss man ganz lange drüber reden. Da erlebt haben, wie brutal die Russen gegenüber Zivilisten auch vorgehen können. Im Krieg werden furchtbare Kriegsverbrechen begangen. Das stimmt und das ist schrecklich. Und die gibt es nach UNO-Angaben übrigens auf beiden Seiten, aber natürlich gibt es sie in den besetzten Gebieten. Und ein Grund mehr wäre zum Beispiel bei den Verhandlungen natürlich zu erreichen, dass dort UN-Beobachter wieder hingehen. Die waren ja vorher sogar in den Separatistengebieten, die waren ja da. Die sind jetzt natürlich weg. Im Krieg gibt es keinen UN-Beobachter, weil das ja lebensgefährlich ist. Also müsste man natürlich in den Verhandlungen darauf dringen, dass die UN zurückkommt, dass die UN dort auch beaufsichtigt, wenn dort Wahlen stattfinden. Aber das alles als Argument anzuführen, warum man gar nicht erst verhandelt, warum man gar nicht erst einfriert, warum man gar nicht erst versucht, dass die Waffen schweigen, das überzeugt mich nicht. Zu sagen, ja, da wird dann alles noch immer noch ganz schlimm sein. Das Allerschlimmste, was es gibt, ist Krieg. Und deswegen muss man diesen Krieg beenden. Und danach muss man über alles andere reden. Aber ich bitte jetzt wirklich, wir sind extrem spät. Ja, wir können ja, wir werden uns ja auch nicht einigen. Insofern brauchen wir jetzt auch das nicht weiter zu diskutieren. Ich glaube, die Position von Sarah Wagenknecht ist sehr deutlich geworden. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank, dass Sie... Okay, wer hatte die besseren Argumente? Ulrike, wir sollten noch Waffen liefern, dann gewinnt die Ukraine auf jeden Fall Hermann. Also hat die letzten zwei Jahre ja schon so wunderbar funktioniert. Und Russland hat auch keinen Grund, sich von einem Machtblock bedroht zu fühlen, das 20-mal so viel Geld fürs Militär ausgegeben hat, wie Russland und immer mehr an die russischen Grenzen herangerückt ist und zahlreiche Angriffskriege gegen prorussische Staaten geführt hat. Ja, total gute Argumente. Ich glaube, sie hat uns alle überzeugt. Ja, war mal eine interessante Diskussion. Also finde ich tatsächlich besser, wenn da ein Moderator... Also so schlimm ich das jetzt inhaltlich fand, was sie hier erzählt hat. Also wirklich manipulativstes Framing. Da müsstest du eigentlich die ganze Zeit einen Historiker neben dem sitzen haben, der sie jedes Mal korrigiert. Denn Wagenknecht kann ja auch nicht jedes Detail im Kopf haben. Und ich habe bestimmt auch viele Sachen, wo sie etwas in irgendeine Richtung geframed hat, hier nicht korrigiert bei dem Reaktionsvideo. Weil ich, wie gesagt, ich kenne mich einigermaßen mit Geschichte aus, aber da musst du wirklich aufpassen wie so ein Schießhund. Das ist unglaublich. Alles, was irgendwie passiert ist, versucht sie so darzustellen, dass der Westen im Recht ist und Russland im Unrecht. Also das ist wirklich unfassbar. Naja, aber ich würde sagen, trotzdem war es mal interessant, Wagenknecht nur mit einem Moderator zu sehen, der feindlich gesonnen ist. Also bei Markus Lanz, da hast du noch drei Gäste dabei, die Wagenknecht auch feindlich gesonnen sind. Also eigentlich wäre das mal eine gute Idee, wie man Markus Lanz-Sendung gestalten könnte. Man hat Markus Lanz und man hat nur Wagenknecht und keine anderen Gäste. Dann würde wahrscheinlich auch schon eine interessante Diskussion zustande kommen. Dann wäre das Ganze auch weniger einseitig, wenn der Moderator einen Vorwurf bringen könnte und Wagenknecht dann antworten könnte. Wie gesagt, so wenig ich inhaltlich mit dem Übereinstimmende, gefällt mir dieses Setting doch wesentlich besser als Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen. Vor allem, weil es ausgeglichen war, da man halt einen Vertreter der einen Position und einen Vertreter der anderen Position hatte. Und ja, nicht so wie in öffentlich-rechtlichen Talkshows, dass du vier gegen eins oder fünf gegen eins hast. Und ja, nicht so wie in öffentlich-rechtlichen Talkshows im Übereinstimmende, sondern auch in öffentlich-rechtlichen Talkshows im Übereinstimmende, und in öffentlich-rechtlichen Talkshows im Übereinstimmende,